Herzlich Willkommen zur 28. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Und ich heiße Nell und das sind unsere Themen. Jugendbande trotz mehrerer Einbrüche als Helden gefeiert. Erster Detektiv Peter Shaw. Mahlzeit zusammen, Thomas hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Besprechung zum weinenden Sarg. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. In ihrem Testament steht sehr wahrscheinlich, dass ihre Überreste in einem Park verstreut werden sollen. Sie möchte aber vorher nicht verbrannt werden. Hallo Nell. Hi. So, fühlt sich wenigstens entsprechend des Mottos des heutigen Tages angesprochen? Ja, doch schon. Also von wegen nicht verbrannt werden ist ganz vöderlich. Konne ich nämlich noch als Geist zurückkommen. Ja, wir sind gerade ein bisschen in unserer Supernatural-Phase. Nell schon länger, ich eher neu von daher. Ja, und wer sich jetzt wundert, Moment, da fehlt doch einer. Der darf sich halt den Ausweis Junior-Assistent der Polizeidirektion Rocky Beach selber ausdrücken. Unser für Trash und Party verantwortlicher dritter Mann Jonas wurde gestern festgenommen, nachdem er betrunken in einer Villa eingestiegen ist und sich zum Schlafen in einen leeren Sarg legen wollte. Nein, nicht ganz. Er ist heute verhindert, von daher sind wir nur zu zweit. Auch mal was Neues. Ja, aber es wird zu ihm passen, also von daher, ja, Nacht-und-Nebel-Aktion, hackenvoll irgendwo einsteigen und sich in einen leeren Sarg zur Ruhe zu begeben. Ja, kann ich mir gut bei ihm vorstellen. Ja, kurz zu unserer letzten Folge, da hatten wir ja den Rollentausch am Anfang. Ich bin froh, dass ich wieder in meine eigene Haut stecke, also wem es nicht aufgefallen ist, ich habe mich eins zu eins schnell angehört, von daher kann es natürlich sein, dass man sich da ein wenig irritiert gefühlt hat. Und ich muss sagen, es hat mich echt so ein bisschen herausgrafen beim letzten Mal, also es ist wirklich am Anfang ganz schwer, dann wieder zurück in seine normale Rolle zu kommen, dazu übernehmen, seinen normalen Ablauf. Gerade ich als älterer Mann, ist natürlich dann so ein bisschen. Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte da gar nicht so viele Probleme, weil ich musste ja nicht besonders viel sagen. Du warst halt Jonas, von daher. Ja, aber wir hatten ja auch so ein paar lustige Sachen, also wer sich unsere Outtakes anhört, der wird merken, dass ich mich mal an falscher Stelle gemeldet habe, dann war ich plötzlich Jonas und das Gelächter war groß, also von daher war schon lustig, aber ich bin froh, dass ich wieder ich bin. Ja. Ja, kommen wir doch mal zu einem anderen Podcast, und zwar, wir hatten ja vor kurzem Thomas von der Zentrale hier zu Gast. Und die hatten ja über Ostern, sprich mit ein bisschen Verspätung, der so im Bereich der Deutschen Bahn liegen dürfte, dann ihren 17-Stunden-Podcast abgehalten. Ich habe nachts bis 1 Uhr durchgehalten, hast du das auch verfolgt? Ich habe dich ja ab und zu mit dem Chat gesehen, muss ich ja zugeben. Also, ich konnte nicht ganz bis 1 Uhr nachts durchhalten, das lag aber auch daran, dass ich bei meinem Großvater zu Besuch war, das war ja Ostern, und dann hieß es jetzt, schnell Familienessen, du kommst jetzt her, mach das aus, das kann doch nicht so wichtig sein. Und ich so, aber ich will das doch eigentlich gucken. Aber, nee, es war ganz witzig. Und wie gesagt, ich habe mich ja teilweise auch beteiligt, aber ich war eher der stille Zuhörer oder Zugucker. Ja, vor allem muss man denken, 17 Stunden, also ich habe ja wie gesagt bis 1 Uhr durchgehalten, haben wir noch bis morgens gemacht. Also, ich weiß nicht, könntest du dir das vorstellen, so etwas zu machen? Ich meine, ich glaube, ich wäre irgendwann einfach tot nach, weiß nicht, 6 Stunden oder was. Ja, ich denke, also, ich vermute, bei denen war das auch so, irgendwann war der Saft dann einfach weg, aber ich könnte mir schon vorstellen, das zu machen. Ich könnte es mir einfach ultra witzig vorstellen, alleine deswegen würde ich schon machen. Weil, wenn du so keinen Schlaf oder so hast, dann wirst du, also je nach Typ, wirst du dann entweder bissig oder das ist wie beim Alkohol. Kommt halt ganz verschieden und es wird dann eigentlich immer relativ lustig. Ich würde wahrscheinlich einfach spontan einschlafen, wahrscheinlich. Dann müsste ich dich wecken. Ja, wirst du mittendrin, Moment, war was? Also, gerade bei drei Fragezeichen ist ja auch, das Einschlaf wurde jetzt ja relativ hoch, von daher. Ja, stimmt schon. Die drei haben ja unter anderem die Folge Erbe des Meisterlings besprochen und hatten sich gewundert, warum denn der Held der Folge, Wilbur Graham, ich weiß, du magst ihn nicht, ich mag ihn umso mehr, die da Fragezeichen im Museum unbedingt festnehmen lassen wollte. Und da gab es halt eine nette Szene in dem Podcast von den dreien. Und da merkt man, dass Kompetenz auch gewürdigt wird. Hören wir doch einfach mal rein. So, ich kriege hier heiße Infos vom Thomas von die 2 Podcast. Okay. Wenigstens einer, der Ahnung hat. Wenigstens einer, der uns mal aus der Bresche hilft. Warum fordert Graham so eindringlich die Festnahme? Graham war in der Zentrale und hatte Eugenies Brief gelesen. Die Rätselseite fehlte, da Bob die ja mit in die Bibliothek genommen hatte. Stimmt, Bob sagt, ich nehme die mit, wenn ich nach den Bildern forsche. Aus dem Brief folgert Graham, dass die drei Fragezeichen Eugenie Komplizen sind, weil er sie auffordert, die Bilder zu finden. Und schließlich haben sie ihn ja schon dreimal entkommen lassen. Ne? Super Papagei. Seltsame Wecker und Poltergeist. Ja. Danke, Thomas, aber. Das hat der... Ich glaube das nicht. Also einmal würde ich unseren Thomas gerne austauschen, weil der scheint Fakten drauf zu haben. Gerne, gerne. Nein, aber woher, jetzt mal ganz ehrlich, er soll dir mal bitte nochmal schreiben, ob er das irgendwo gelesen hat oder ob das so im Buch steht oder so. Weil das rauszukriegen, dann ist es für mich ein Genie, dann ist es für mich ein Einstein, er ist für mich ein Garant des Wissens. Also ich hätte ja einen Vorschlag. Ja. Ich gehe zu die zwei, ja, weil dann können sie sich umnennen in die zwei Thomas, ja. Die haben gerade kommentiert, wollen sie nicht. Ja, das war der Einspieler von dem Zentrale Podcast. Ich fand es mega witzig. Ja, ich bin ja eh immer einer, der so ein bisschen mehr für die Bösewichte ist. Wobei Wilber jetzt nicht so der typische Bösewicht ist. Aber auch, die Szene hat mich selber auch gewundert und ich habe es ja eigentlich nur gewusst, weil wir ja damals bei den Fanatikern zusammen den Erbe des Meisterliebes besprochen hatten und ich das Buch gelesen habe. Und da stand es halt drin, wie es dazu gekommen ist. Auch schon ewig her, ne? Ja, schon, ich weiß nicht, letztes Jahr war das? Ja, ja. Also definitiv letztes Jahr, weil dieses Jahr haben wir fast gar nichts rausgebracht. Schon ewig her, aber interessante Stelle. Ja, aber Thomas, falls du das hören solltest, bist du natürlich weiterhin herzlich eingeladen. Also auch wenn ich weiß, du wirst wieder mit Jelena-Stories hier angekrochen kommen und mich damit zur Weißgut bringen, aber was soll's. Ja, und wer sich die erste Folge von der Feuermodebesprechung der Zentrale anhört, der wird da auch einen kleinen Gastbeitrag von uns hören und wir haben ja noch eine andere Kleinigkeit dazu beigetragen. Weiß nicht, möchtest du verraten oder sollen wir einfach mal alle... Nein, 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 mach ruhig, mach ruhig. Sag mal nix zu, okay, also hört einfach mal rein. Direkt am Anfang denke ich, ich gehe davon aus, willst du da was zu geben. So, aber genug über andere Podcasts gequatscht, kommen wir einfach mal zu unserer Folge hier. Und wir starten wie immer mit Nels Nutschen Nebenfakten. Yes, also, Nels Nutschen Nebenfakten. Das Buch stammt von Megan und William Stein und erschien 1985. Der Originaltitel lautet In the Case of the Weeping Coffin und war ursprünglich Teil der Find Your Faith Mysteries. In den USA fand die Serie in den 80ern immer weniger Käufer, sodass man mit Find Your Faith Mysteries eine eigene Serie entwickelte, in denen der Leser die Rolle der Detektive übernimmt und mit Entscheidung versucht, die Fälle zu lösen. Der Kosmos Verlag wollte das Konzept jedoch nicht übernehmen. Bei der deutschen Übersetzung musste Leonore Puschert sich für einen Handlungsstrang entscheiden und den Fall als normalen Roman niederschreiben. Die deutsche Übersetzung erschien 1988 als Buch Nummer 41. Das Hörspiel erschien sogar ein Jahr früher, im Jahr 1987 als Nummer 42 und hat eine Länge von knapp 48 Minuten. Jede Menge Infos. Ich habe ja schon öfter mal gestanden, dass ich eigentlich nur dank dir weiß, dass es, der weinende Sarg, eine Find Your Faith-Folge war, also quasi ein Mitmachfall. War mir damals, ja, wie gesagt, ich war vielleicht, weiß ich, zehn, elf Jahre alt, glaube ich, als ich das erste Mal gehört habe, gar nichts für bewusst. Also von daher weiß ich auch jetzt nach dem Lesen des Buches, muss ich sagen, ja, man merkt es an einigen wenigen Stellen, aber finde ich überhaupt nicht störend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er dir ist. Nö, ist genauso. Also da muss man ganz ehrlich sagen, Props to Leonore Puschert, die hat das wirklich gut hinbekommen. Ja, wobei ich sagen muss, es gibt im Buch so ein, zwei Szenen, wo ich sage, nein, nicht so, aber da komme ich garantiert später nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich auch meinen Standardsatz in jedem Podcast, da komme ich später darauf zu sprechen, also irgendwie alles anteasern und hinterher vielleicht mal erwähnen. Ja, was kommt dir denn als erstes in den Sinn, wenn du an die Folge denkst, der weinende Sarg? Also erstmal natürlich der namensgebende weinende Sarg und dann natürlich unser, ich sag mal, Hauptcharakter eigentlich der Folge, nämlich der liebe Michael, den ich so überhaupt nicht leiden kann. Geht mir genauso, zumal, ich habe mal jetzt nachgefunden, durch das Buch weiß ich Bescheid, ich habe immer das Gefühl gesagt, der Michael kommt aus Deutschland, kommt er allerdings nicht, der kommt aus Detroit. Also müsste er eigentlich Michael heißen. Ja. Ich habe auch nie, nirgendwo was gefunden, dass er aus Deutschland kommen sollte. Sicher? Ja, ich habe gegoogelt und weiß ich nicht, vielleicht war ich hinterher auf der falschen Seite, was weiß ich, also irgendwie habe ich da nicht zugefunden, dass der Deutscher sein könnte, sollte. Ich meine, Michael Kross, also dieses Kross, das ist wahrscheinlich schon Hinweisgebend. Ja, stimmt. Ja, ich muss auch sagen, also der weinende Sarg ist für mich, der Michael, den finde ich ja schon sehr, ja, durch die immer diese Find-Your-Face-Geschichte, sehr aktiv, sehr penetrant teilweise. Manchmal wird er auch so ein bisschen von den anderen dreien so ein bisschen hochgehoben, weil man natürlich weiß, pass auf, der ist, äh, eigentlich bin ich das, ist halt natürlich dazu da, um den Leser halt so ein bisschen zu pushen, ne, so ein bisschen, ja, du bist auf dem richtigen Weg, ne, ein bisschen zu fördern. Ganz nett, im Hörspiel finde ich es ein bisschen, ja, nervig an mancher Stelle. Ja, ist schon wahr, also, ähm, das Ding ist, sein Charakter an sich ist jetzt gar nicht mal so schlimm, es ist halt wirklich schon so, wie ich mir teilweise vorstellen könnte, wie es ablaufen würde, wenn jetzt ich oder, keine Ahnung, generell jemand anderes bei den drei Fragezeichen auftauchen würde und so sagen würde, ja, hey, ich hab hier einen Fall für euch, aber nee, nee, das macht ihr jetzt nicht alleine. Ich komm da mit, ich hab euch den Fall reingeschleppt, das macht ihr nicht alleine. Ähm, äh, das Problem, was ich eher eigentlich habe, ist, äh, das ist jetzt vielleicht, aber das ist mit seiner Stimme. Finden Sie die nervig, oder wie findest du die? Äh, ich find die irgendwie langweilig, die, die, die ist so teilweise so tonlos irgendwie und, äh, ich, ich komm damit irgendwie nicht klar. Ja, lustig ist ja, also dieser Michael Kross, äh, gesprochen von Matthias Klimser, ist auch der kleine Vampir, Rüdiger, sagt ja wahrscheinlich nichts, ne, Kinderserie aus den, boah, ich glaub, späten 80ern, glaub ich, also schon, schon, äh, eine ziemlich cool, ich hab sie damals geguckt, die Serie, vielleicht ist der mal tonlos, weil er eigentlich ein Vampir ist, ich weiß es nicht, also, eher farblos, also. Also, er war ein netter Vampir, von daher, ne, aber, ich find auch diesen Michael, boah, find ich, schwierig. Ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich hab mich ja mit, äh, zentralen Tommi, also, zentrale, du bist von der Zentrale, hab ich mich ja, ähm, massiv unterhalten über vierte Detektive, also wir haben da, ich glaub, WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt, du hast sie ja teilweise auch von mir geschickt bekommen, und, äh, da hättest man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe daraus machen können, und, äh, er findet halt diesen, diesen Michael eigentlich richtig gut als vierten Detektiv, und findet auch den ganzen Fall richtig gut, also, Thomas gibt dem Fall eine 10 von 10. Oh mein Gott. Also, müssen wir uns ein bisschen anstrengen heute. Ich find den Michael auch hingegen irgendwie so, oh, ne, Weil er gerade auch irgendwie alles und jeden verdächtig, weil ich bei drei auf den Bäumen ist, also, das find ich halt so wild rausgeschossen und irgendwie... Ja, das Ding ist, ich denke, also, dazu muss man sagen, wenn du jetzt quasi nicht so wirklich Erfahrung hast oder so jetzt totaler Krimi-Fan oder generell drei Fragezeichen dauerhaft hörst, wie wir beide, äh, kann ich's mir schon relativ gut vorstellen, dass du einfach von diesem Enthusiasmus gepackt wirst, so von wegen, geil, ich bin jetzt detektiv, ich löse hier Fälle, okay, wer kommt als Verdächtiger in Frage? Der, okay, nein, der ist es nicht, der vielleicht, also, wie gesagt, ich kann's teilweise nachvollziehen, es macht das Ganze natürlich nicht unbedingt besser, aber, ja. Ich erinnere mich eigentlich an dieses, an dieses Meme von, dieses typische, weiß ich mal, war es gewesen, irgendeine US-Talkmasterin, wo, du bist verdächtig, du bist verdächtig, du bist verdächtig, ihr alle seid verdächtig, ne, also, ne, also, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Und, ne, aber bevor wir jetzt zu weit, zu weit schon in den Anfang reingehen, hast du dich auf die Folge gefreut, oder? Also, da, ich, äh, du hast die vorgeschlagen, ne? Ja, ich weiß, ähm, das war aber auch, ich, ich weiß nicht, wieso ich die vorgeschlagen habe, um ehrlich zu sein. Das Ding ist einfach, ähm, es ist, ich finde den Fall an sich gut, aber ich hab, wie gesagt, dieses Problem mit Michael und da geht mir so auf den Geist, dass, äh, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wieso ich's vorgeschlagen habe. Aber im Nachhinein bin ich da so, ne, wieso hast du das getan? Echt? Also, ich find die Folge immer noch gut, ich hab mich auch drauf gefreut, muss ich sagen. Ich fand's teilweise ein bisschen schwer zusammenzuwassen, weil es passiert eine Menge in der Folge, ne? Also, ist ja der helle Wahnsinn, was, was da alles, alles abgeht. Da hab, hätte ich mir echt gewünscht, dass man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, nicht nur diese 18 Minuten, wie die halt die Gazette damals hatte, sondern echt so, so 90-Minuten-Stück, wie heute ist, dann hätte man sich doch wesentlich nicht mehr Zeit lassen können. Das Ding ist, ich glaub, das liegt daran, einfach wegen einem Feind-Your-Fate-Bock, weil es diese verschiedenen Wege ja dann geben soll, wo du dauernd irgendwie zwei Sachen hast, wo du dich natürlich entscheiden musst, dass es daran liegt, dass eben so viel vorkommt, weil du ursprünglich ja bestimmte Entscheidungen treffen musstest. Ja, aber richtig, richtig toll, wobei ein paar Sachen, wo ich sagen muss, boah, irgendwie, ne, ein bisschen merkwürdig. Kommen wir doch mal, da Jonas nicht da ist, zu der Zusammenfassung der Folge in Ersetzen, diesmal von mir. Bei Ermittlungen in der Villa Markels stoßen ihre Fragezeichen und ihr Auslöselektiv Michael nicht nur auf ein merkwürdiges Rätsel in Form eines weinenden Sages, welcher das Versteck eines geheimen Testaments freigeben soll, sondern auch zufällig darauf, dass der Verwalter, etwa Brackmann, ein doppeltes Spiel spielt, in dem er Kunstobjekte nachmachen lässt, um sie auszutauschen und die Kopie später stiehlt, um das Geld von der Versicherung zu kassieren. Letzten Endes können sie das Testament dank eines Tritts vor die Wand finden und der Gärtner eilt ihnen allen Klischees zum Trotz zu Hilfe, um Brackfaste, Brackfaste, Brackmann dingfest zu machen. Brackfest, meinst du wohl? Ja, genau. Die Riesenparty, die es hinterher noch gibt. Ohne Mr. Silverstone. Jetzt fehlt Jonas, der sagt, hallo, ne, also, Jonas, wenn du das hörst, ist selber schuld. Dann direkt im Anschluss die etwas andere Zusammenfassung, die wesentlich schöner ist, denn, wie gesagt, ich bin halt so der Fan von den Bösewichten und ich muss sagen, Brackmann finde ich grandios in der Folge. Der jahrelange Verwalter der Villa Markels, Edward Eddie Brackmann, muss auf der Suche nach dem verschollenen Testament seines verstorbenen Arbeitgebers schräg schräg Freundes Jonathan Douglas Markels mit widrigen Umständen kämpfen. Er muss nicht nur sein Hab und Gut vor Langfinger Margie verschützen, sondern auch die schlecht gesicherte Villa vor einer jugendlichen Einbrecherbande verteidigen. Letzten Endes kann er den Vandalen jedoch nicht standhalten und muss unter Druck des glasscheibenzerstörenden Gärtners auf das Erbe verzichten. Boah, ey, ich muss, also, ähm, ich frage mich, ob Jonas das hier hört, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ganz ehrlich, diese Zusammenfassung von der anderen Seite finde ich einfach immer wieder total geil. Ja, es macht auch wesentlich mehr Spaß, muss ich sagen, weil du kannst dir ein bisschen mehr Freiraum gönnen, sag ich mal, ne, also, und zumal hat ja auch die drei Fragezeichen gerade in dem Fall sich auch nicht immer richtig verhalten, ne, also, Dann kommen wir doch einfach zum Klappentext. Okay. Dein Part. Also, die drei Detektive sind dem Geheimnis eines verborgenen Tresors auf der Spur. Der neugierige Michael ist es, der ihnen den ersten Tipp gibt. Drei Totenköpfe auf einem Sarg scheinen wegweiser zu sein. Doch schnell wird es gefährlich, denn in der Nähe des Sargs ist es nicht geheuer. Schon gar nicht, wenn mitten in der Nacht das Kreuzchen ruft. Ich finde den letzten Satz echt so. Ja. Also, Nachtigall, Nachtigall hätte ich vielleicht noch so verstanden, aber Kreuzchen? Ja, ich gebe dich einen Nachtkauz, ich meine schon. Das war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ja, das ist ein anderer Fall. Ich weiß. Rufmord. Ja, dann kurz zum Cover. Das Cover an sich finde ich ja richtig, richtig gut, muss ich sagen. Du hast direkt den Sarg im Vordergrund mit den Totenköpfen. Richtig schön, so ein bisschen oldschoolig eigentlich. Im Hintergrund dachte ich mir als Kind immer, warum spielt der Mann Saxophon? Das kam mir ein bisschen komisch vor. Aber wenn man halt genauer hinguckt und die Folge erkennt, sieht man halt den Gärtner, wie er sich mit einem großen Messer die Fingernägel sauber macht wahrscheinlich. Ja, ist ja in der Folge auch so, er macht sich damit die Fingernägel sauber. Also, Cover an sich, eigentlich relativ farblos, also in einer Farbe gehalten und der Sarg, der sticht halt mit seiner Holzoptik richtig schön hervor. Definitiv. Im Hintergrund halt wirklich mysteriös, nur die Silhouette des Gärtners. Der, Gott sei Dank, jetzt hier in dem Klappentext vom Hörspiel nicht genannt wird. Im Buch wird aber quasi schon gesagt, der Gärtner ist gar nicht der Mörder, also ist gar nicht der Täter. Im Klappentext. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Zumal ja in dem ganzen Hörspiel, auch im ganzen Buch immer wieder mit diesem Klischee gespielt wird. Er wird ja immer wieder verdächtig von allen Leuten. Kommen wir doch zum Beginn der Folge. Ich fange mal im Buch an, denn das Buch startet ein bisschen eher. Und zwar schickt Tante Matilda die drei zum Großeinkauf, mit den Fahrrädern natürlich, wie sie sonst auch sonst da hinkommen. Wobei ein Großeinkauf mit Fahrrädern, spannende Sache. Eher mit Fahrradkörben? Ja, haben sie dabei, meine ich, soweit ich weiß. Und dann im Supermarkt trifft Bob kurz auf Michael, als dieser das letzte Himbeersahneeis für Justus quasi aus der Stiftkultur rausnimmt. Heißt, Justus bekommt kein Himbeersahneeis. Und dann wechselt halt die Sicht und der Leser begleitet Michael. Wie sagt ein Junge aus Detroit, dessen Eltern Urlaub in Rocky Beach machen? Die Frage ist natürlich, warum macht man Urlaub in Rocky Beach? Gute Frage. Gute Frage. Obwohl, in Rocky Beach ist eigentlich immer was los. Also sei es eine Museumsausstellung mit irgendwelchen bestimmten Bildern, die dann aber längst natürlich nicht stattfindet, weil sie geklaut werden. Oder sei es eine 200-Jahr-Feier oder was auch immer. Aber wie gesagt, in Rocky Beach ist immer was los. Ich kann ja verraten, warum die da sind. Im Buch steht es nämlich. Und zwar, jetzt bin ich aber kurz verrutscht. Das ist live. Nein, die Familie macht im Urlaub in Rocky Beach, weil der Vater vor 15 Jahren einen Tauchunfall hatte. Und ein Junge hat ihm das Leben gerettet. Er konnte seinen Retter nie ausfindig machen. Und wie sich später herausstellt, hieß dieser Junge mit Vornamen Grady. Oder er wusste, er heißt mit Vornamen Grady. Und es war Grady Markles, der ihn gerettet hat. Oh mein Gott. Also richtig schöne Geschichte. Wow. Er wusste nur seinen Vornamen. Er konnte ihn dahinter auch beschreiben, wie er aussieht. Und es passte auch Grady Markles. Er konnte Grady aber nie treffen. Weil Grady im Buch zwischendurch mal weg ist. Wo erzähle ich hinterher? Mein Standard. Muss ich mir auf so einen Touchbutton legen? Erzähle ich hinterher. Bleiben Sie dran. Das erfahren Sie später. Ja, dann kurz zurück ins Hörspiel. Und zwar ist es ja so, dass dem Erzähler erzählt. Der Erzähler erzählt. Ist auch immer ganz schön. Wir erfahren vom Erzähler, dass eben halt die Mutter von Michael, Mrs. Cross, Ehrensohn, quasi von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten schleppt. Einmal quer durch Rocky Beach. Wo es anscheinend mehr zu sehen gibt, als man vielleicht vermuten mag. Unter anderem auch in die Villa Markles. Die angeblich ja die größte Sehenswürdigkeit ist in Rocky Beach. Die hinterher leider nie wieder auftaucht. Da sind wir so ein bisschen beim Thema Beständigkeit. Also wäre es schön, wenn die Villa Markles dann vielleicht bei Folge 52 nochmal Thema wird. Ich meine, da gibt es ja vielleicht noch mehr zu entdecken. Wäre eigentlich ganz nice, oder? Ja, schon. Wobei ich sagen muss, jetzt vielleicht, also, mir wird es besser schmecken, in Anführungszeichen, wenn sie eher dann vielleicht mal so in einem Nebensatz oder so im Vorbeifahren erwähnt wird. Weil, ob da jetzt wirklich mehr zu entdecken ist, bezweifle ich. Ach, die schönen großen Keller oder so. Und Tresor geht ja auch immer schön. Also ich finde, generell die Villa als Setting. Wie findest du denn die Villa als Setting jetzt an sich in der Folge? An sich eigentlich relativ gut. Wobei ich wirklich nicht mit dem Gedanken klar komme, dass es wirklich nur so eine Villa ist, sondern wirklich eher eigentlich immer an ein Museum denken muss. Was es ja auch eigentlich ist. Ja, den Gedanken habe ich auch. Du hast so ein bisschen das Gefühl, unten im Erdgeschoss ist halt die ganzen Objekte, die Ausstellung quasi, wo dann Leute durchgeführt werden. Und Grady und Edward Eddie Wackmann, die wohnen quasi oben. Irgendwo. Und ein bisschen merkwürdig. Stell dir vor, du wohnst in der ersten Etage unten auf und da und dort durch die Gegend und guckst dich deine Klamotten an. Ja, das Ding ist, das ist wahrscheinlich eher so, also komisch natürlich, aber das könnte man auch so sagen, so im Sinne von, es gibt ja auch diese Läden, wo unten ein Geschäft ist und oben wohnen die Leute. Ja. Deswegen, so ist das wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall finde ich das eigentlich richtig schön. Die alte Villa so als Setting gehört mir ganz gut, weil du hast halt auch jede Menge Sachen, die du unterbringen kannst. Du hast halt diese typischen Wohnungsgeschichten, die du einbauen kannst. Du hast halt direkt unten die Ausstellung. Du hast halt eigentlich immer jemanden vor Ort, der dich erwischen könnte, wenn man da einsteigt. Das hat man ja auch die drei mehrere Male machen in der Folge. Ja, also von daher finde ich es eigentlich ganz angenehm. Vor allem gab es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, das hätte ich, glaube ich, noch nicht, glaube ich zumindest. Ja, zurück ins Hörspiel. Ja, um der Langeweile zu entkommen, die dieser Michael ja in Rocky Beach hat, dank seiner Mutter unter anderem, sucht er nach den drei Fragezeichen, von denen er schon öfter mal gehört hat, laut Buch von einem Brieffreund aus Los Angeles. Das heißt, gut, die drei Fragezeichen werden in Detroit wahrscheinlich nicht so häufig Thema sein. Das heißt, er hat von einem Brief aus L.A. Infos bekommen, auch wo er sie ungefähr zu finden hat. Ja, das Ding ist dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, in Erkunde bin ich scheiße. Wo liegt in Detroit? Ich glaube im Norden, nordöstlich, glaube ich. Ich meine doch. Und L.A.? L.A. ist ja im Südwesten. Südwesten? Das muss das sein, glaube ich, oder? Ja, klar. Ja. Wenn ich falsch steige, steige ich es einfach raus. Ja, Detroit ist wirklich die Autostadt, meine ich. In Amerika. Ja, ich weiß, die haben eine Eishockey-Truppe, das weiß ich. Also das einzige Detroit, was ich kenne, ist von einem Videospiel. Ja, kenne ich auch. Und, äh, den Hit von, von, oh, wie heißt denn die noch? Äh. Born and living in South Detroit. Das ist egal, schneid dich raus, ist doof. Ah, doch, 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 warte, 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 warte. Das ist, ähm, äh, ist das nicht? Don't Stop Believing von, von, von. Och Gott. Ja? Von Google. Das Schlimme ist, das Lied habe ich schon so oft gehört, ne? Von Journey, ich Depp. Da musst du nicht wissen, du bist zu jung dafür. Ich eigentlich fast auch. Es gibt auch diese Momente, wo ich zu jung bin. Ähm, zurück ins Hörspiel. Ähm, wir sind ja live in der Führung und bekommen da mit, wie Margie Albright ein paar Hintergrundinfos raushaut, ähm, sprich, Johnson Markels hatte zu Lebzeiten ein erfolgliches Unternehmen, zur Herstellung allerlei Tresore. Und so sind auch in der Villa jede Menge Tresore. Und fast hinter jedem Bild ist einer versteckt. So, und die Mutter von Michael versucht, ihn ja dauernd zu begeistern, ne? Ach, guck mal, die Vase hier und guck mal hier. Und, ne? Ach. Ne, also, der arme Junge wird quasi von seiner Mutter gequält. Kann man einfach so stehen lassen, glaube ich, oder? Richtig malträtiert. Ach so, grausam. Und die Vase, Michael, die ist schon, oh, Mutter, ich denke mir auch mal, lass mich in Ruhe mit der Vase. Die ist eh eine Fälschung, wie wir hinterher wissen. Wahrscheinlich ist das auch eine Fälschung. Ne, und dann Michael schießt dann, ähm, schließlich auf den weinenden Sarg, der ihm im Buch sogar noch eine viel größere Anziehungskraft, er ist wirklich davor und guckt sich halt wirklich alles Detail genau an. die ganzen Totenköpfe mit den Tränen in den Augen, da fällt ihm auch schon auf, dass die, ähm, auf dem Gemälde, er sieht ja auch das Gemälde richtig genau an und sieht dann auch, Moment, ist er seitenverkehrt, fällt ihm da schon auf, am Anfang. Und, ähm, er ist da wirklich hin und weg von und ist so wirklich fasziniert. Also fand ich sehr, sehr schön zu lesen. Ja, und wie es dann ist, wird noch erwähnt, dass Ebert Markels hatte den Sarg schon lange vor seinem Tod gekauft und wollte sich eigentlich darin und in diesem Raum bestatten lassen, hat es da allerdings nicht gemacht. Wie wir halt wissen. Was ist jetzt so denn von dem, von dem Sarg als Objekt? Jetzt generell so als Objekt einfach, äh, von wegen Sarg oder jetzt im Zusammenhang mit dem Hörspiel? Mit dem Hörspiel jetzt natürlich, ja, mit dem, mit den Tränen drauf. Ich meine, ist ja schon sehr mysteriös. Also mysteriös definitiv, vor allen Dingen, weil Sarg von wegen Leiche, Tod ist ja immer auch so, also mitgehangen, mitgefangen mit dem Thema. Ähm, aber sobald man eben weiß, so von wegen, äh, ja, da wird sich, äh, wohl nicht darin bestatten lassen und jetzt ist der Sarg hier und hat er doch nicht gemacht, da kommt natürlich die Frage auf, wieso? Genau. Das ist ja auch so eine Frage, die sich die Leute, oder die vier hinterherstellen. Naja, aber ich finde auch, so ein Sarg ist immer so ein mysteriöses, ne, so weil auch ein bisschen, weil da hast du wirklich mit Tod im Zusammenhang und, ja, ist auch nicht immer ein ganz angenehmes Thema, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, trotz aller Bemühungen von Mrs. Cross ist Michael dann doch, ähm, sehr schnell gelangweilt und schaut sich halt die anderen Leute so an, ne, also, ihm fällt dann sofort jemand auf mit dem roten Schnauzbart, der alles fotografiert und sofort, der vermutet, dass er etwas plant. Wie fand's denn den Moment, wo er sagt, der plant etwas? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, in dem Moment konnte ich ihn so nachvollziehen, weil das, das hab ich auch, vor allen Dingen, als ich früher in meiner, äh, Phase, in meiner Sherlock-Phase, also, die hab ich teilweise noch immer, aber, äh, wenn mir langweilig ja, hab ich wirklich versucht, an den Kleinsten, also wirklich Menschen mir in meiner Umgebung anzugucken und dann so, okay, okay, wie macht ihr das, was ihr macht, ist der, na, hab ich so überlegt, okay, äh, beziehungsweise mein Lieblingsspiel war dann tatsächlich, äh, was ich dann auch mal im Restaurant, während wir aufs Essen gewartet habe, gespielt haben, äh, mit meinen Eltern oder meiner Mom einfach nur, dass wir dann immer, äh, versucht haben herauszufinden, ob unsere Bedingung rechts- oder linkshänder ist. Einfach daraus, wie wir beobachtet haben, äh, wie er die Sachen bedient oder so. Und, ähm, ich lag meistens richtig, muss ich sagen. Sehr stolz auf mich war ich da immer. Aber, ähm, deswegen, ich kann das in dem Moment relativ gut nachvollziehen. Und es ist natürlich auch erstmal ein bisschen, äh, wie heißt das deutsche Wort? Merkwürdig. Ja, genau, merkwürdig, ähm, dass er das alles eben fotografiert und so. Zum einen könnte er einfach auch natürlich einfach nur Reporter sein, aber dann würde man sich natürlich fragen, okay, das Ding ist jetzt eine Attraktion, die in Rocky Beach schon seit mehreren Jahren steht, wurde nicht neu eröffnet oder so. Wie soll es ja ein Reporter hier sein? Deswegen, ähm, kann ich mir schon relativ gut vorstellen oder beziehungsweise in dem Sinne nachvollziehen, dass Michael denkt, okay, der plant jetzt vielleicht irgendwas. Ja, zum Beispiel jetzt mal einen drauf. Im Buch steht nämlich, dass der Michael den roten Schnauzbart darauf hinweist, dass er vergessen hat, den Objektivdeckel abzunehmen. So, und da fragt man sich natürlich, der ist am Knipsen wie doof. Wenn er Profi sein möchte, warum ist der Objektivdeckel auf der Kamera? Heißt, er hat richtig schöne, viele schwarze Bilder. Autsch. Ja. Gut, vielleicht, man hat ja früher die alten Fotoapparate, du guckst ja quasi oben durch diese, durch diese Linse, sag ich mal. Und du siehst ja nicht, ob da Ding hinzu ist oder auf. Damals zumindest nicht. Heute, wenn du was vom Handy hast oder von der Zahlkamera, hast du sofort ein schwarzes Bild, denkst du dir, okay, Moment, irgendwie ist das hier entweder hier ziemlich dunkel oder ich hab der Objektiv wieder drauf. Von daher. Ja, dann direkt die nächste Aktion, der nächste Verdächtige. Und zwar ist er erstmal dabei, dass Michael erstmal den typischen Gärtner verdächtigt, irgendwas zu machen. Der Mann da drüben hat ein großes Messer. Also, der hat schon irgendwas vor. So richtig schön, du merkst halt am Anfang, es werden viele Leute eingebracht, die irgendwie verdächtig sein sollen, damit wir hinterher was zum Auflösen haben im Endeffekt. Und dieses Klischee, der Gärtner ist der Mörder. Das war gerade in der Zeit, ist wie ein Horrorfilm, dass eben halt zuerst sterben die Dunkelhäutigen. Ist früher sehr häufig so gewesen. Dann war es hinterher, sterben die hübschen Mädels am Anfang als erster Kill. Und die Dunkelhäutigen überleben nie. So war es gewesen, genau. Es wird ja auch bei Deep Lucie, glaube ich, auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Bei dem Film kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Schöner Film. Geht um Haie. Oh, scheiße. Wird so ein bisschen auf die Spitze getrieben und, ja, das ist halt bei dem Gärtner jetzt so typisch klischee-mäßig. Ja, und dann haben wir ja den Aufschrei der Frau. Ja. Die ja dann plötzlich feststellt, dass die Reisechecks und der Brüllenetrie gestorben worden sind. Hast du denn die Stimme erkannt? Nein. Und zwar ist die Sprecherin dieser Besucherin Beate Hasenau, die auch bekannt ist als Amanda Black. Erster? Ja. Und die hast du nicht erkannt? Ähm. Nee. Ich auch nicht, aber ich muss ja keinem verraten. Warte mal, wie viele Jahre sind die beiden Hörspieler denn auseinander? Ja, schon einiges. Die hat ja noch viele andere Rollen. Mhm. Nee, also, aber siehst du mal, ich finde die einfach nur grandios. Die ist auch richtig gut gespielt, ne? Also, gerade Amanda Black finde ich richtig, richtig gut. Und auch hier in der Szene, wie sie dann erst so aufschreit und völlig in Panik ist und ruft die Polizei und, ne, und dann kommt halt Margie. Übrigens, Margie, die Sprung von Monika Gabriel, die die Tila in Masters of the Universe spricht, kennst du wahrscheinlich auch nicht, ne? Also, Tila ist quasi, da musst du mal die Serie gucken, die ja jetzt auf Netflix ist. Da ist sie auch ein großes Thema. Aber lassen wir es an dieser Stelle. Und, ja, Margie macht natürlich auch nichts verdächtig, indem sie ihr, der Besucherin, ja dann die Checks und das Etui wieder zurückgibt und sagt, lag dort hinten auf dem Fußboden. Das heißt, wir haben gleich den nächsten Verdächtigen. Wir haben erst ein Schnauzbart, dann wird der Gärtner erwähnt. Jetzt haben wir Margie, die im Buch dann auch noch ein bisschen anders verdächtig ist, weil Margie im Buch halt nicht sagt, habe ich auf dem Fußboden gefunden, sondern lag dort hinten auf der Fensterbank. Was natürlich noch merkwürdiger ist, weil, sagt Michael auch, ne? Michael sagt dann auch, nee, also das passt ja irgendwie vorhin hinten nicht. Warum sollte das auf der Fensterbank liegen, ne? Fußboden ist so eine nette Ausrede, aber Fensterbank ist so ein bisschen, ah, ein bisschen merkwürdig. Wie hast du denn Margie empfunden am Anfang? Also sie war mir halt wirklich so ein bisschen suspekt, vor allen Dingen, weil dieses von wegen Sache ist weg und dann auf dem Fußboden wiedergefunden, bringt dir diese Personal wieder. Es ist ein typischer Taschentrick. Die, was, wie heißt denn das? Taschendieb. Taschendieb-Trick. Ja, von mir auch so. Ja. Also wenn wir mit zurückgeben, wahrscheinlich eher weniger, aber... Nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Sie hat lange Finger gemacht, hatte man den Eindruck, also sie war einem sofort suspekt, die Frau, ne? Ja. Ja, dann kommen wir doch einfach mal jetzt schon zu deiner Lieblingsszene. Also, meine Lieblingsszene. Es ist dann ja so, dass Michael dann in seiner freien Zeit dann erstmal fragt, ob er noch irgendwas zu tun hat, beziehungsweise er sitzt ja, glaube ich, am Mittagstisch mit seinen Eltern, richtig? Was? Weiß ich gar nicht mehr. Sitzt er mit seinen Eltern, mit seinen Eltern, kann sein. Ja, weil er dann so fragt von wegen, ja, wollt ihr heute noch irgendwo hin? Ja, ich möchte da und dahin, habt ihr was dagegen? Das ist deine Lieblingsszene. Und dann macht er sich ja auf dem Weg zum Schrottplatz, weil, wie gesagt, er hat ja von den drei Fragezeichen gehört und möchte die ihm jetzt halt erzählen, was da, beziehungsweise was er da alles in dem Museum, nenne ich es einfach mal, mitbekommen hat. Vor allem hat er ja gehört, dass die Fälle der Fragezeichen immer am Schrottplatz irgendwo gestartet sind, ne? Ja, genau. Und deswegen, ich bin mir da wirklich nicht sicher, wie er es anschreibt. Vielleicht guckt er einfach oder stößt durch Zufall darauf, aber er landet dann ja im Endeffekt durch einen der Geheimgänge in der Zentrale, was ich mir auch einfach wirklich extrem witzig vorstelle. Stell dir mal vor, du bist so in deinem, sag ich mal, geheimen Hauptquartier mit deinen Freunden und auf einmal wächst da so ein Kopf aus dem Boden heraus. Ja, ich kann dir sagen, wie er da hingekommen ist. Er hat wohl davon gehört, dass es diesen Geheimgang gibt und er auf ein Fischauge drücken muss. Sprich, er kommt dann da hin und sagt dann, ja, weißt du was, hier, ich suche den Zaun danach ab, findet dann auch dieses Fischauge, das ist das grüne Tor, geht dann dadurch auf den Schrottplatz und dann geht er durch Tunnel 2 in die Zentrale und in Tunnel 2 wird er noch fast begraben, weil er ist gesichert mit alten Gartenschläuchen und Lampen und ganzen Kram. Er reißt sich auch die Hose auf, kriegt hinterher schönen Anschluss von seiner Mutter. Und ja, aber stell dir echt mal vor, du sitzt da mit deinen Mädels in der Zentrale und da kommt plötzlich einer rein. Also ich hätte anders reagiert als die drei Fragezeichen. Ich könnte mir das so richtig schön vorstellen. Wenn Mara wäre wahrscheinlich total ausgeflippt, Lotte hätte erstmal draufgehauen, egal was das sein hätte. Und ich wäre wahrscheinlich auch erstmal so, what the fuck gewesen, aber die drei Fragezeichen reagieren dann ja doch schon noch etwas anders, wo ich sagen muss, das hat mir nicht so ganz so geschmeckt, weil wenn du dich hier an den Fall mit dem goldenen Gürtel erinnerst, wo am Ende ja auch die kleinen Lilliputaner da eben reinkommen und den Gürtel haben wollen, da haben sie ja auch vollkommen anders reagiert. Ja klar, vor allem soll ja alles geheim bleiben. Eben. Und dann kommt plötzlich einer rein, ach guten Tag, was willst du denn hier? Setz dich auch hier und wolltest du Cola haben? Ja, ja. Erzähl doch mal, Michael, wie geht's dir? Wo kommst du her? Was willst du hier? Fand ich ein bisschen unpassend. Heißt ein bisschen, fand ich mega unpassend. Das ist so ein typischer Mary Sue-Moment. Also sagt der Mary Sue etwas? Also Mary Sue, das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich, wenn der weibliche Hauptcharakter, dass auf einmal alle männlichen Hauptcharaktere sie total toll finden und sich sofort in sie verlieben. Also wirklich vom ersten Augenblick, wo sie sie sehen. Das ist so ein Mary Sue-Ding. Oder wie gesagt, dass alle diesen Charakter total mögen und das Typische aber meistens auch ist, dass so von wegen tragische Vergangenheit, dann bist du aber in der Gegenwart total beliebt, total toll und eigentlich eher so Cinderella-mäßig unterwegs. Ja, merkt man auch bei Justus. Gerade Justus, der ist doch normalerweise jetzt der Erste, der sagt, pass mal auf, Kollege, so nicht. Und der sagt, ach guck mal, wen haben wir denn da? Aber, also, fand ich merkwürdig, fand ich ein bisschen unpassend. Wenn man jetzt allerdings weiß, dass eben halt dieser Michael der Leser ist, dann kann es natürlich schlecht sein, du kommst ja in die Zentrale rein und die vermöbeln dich erst mal. Wäre auch lustig, ne? Wenn du zu Karate ausüben möchtest, ich gehe auf Seite 40 weiter, möchtest du Box-Moves ausführen, mach Seite 12, ne? Ich glaube, sowas gibt es sogar in manchen Feind-Your-Fates-Dingern. Ja, wäre lustig. Weil ich ja auch merkwürdig finde. Also Michael erzählt ja alles dann über die Villa. Ja. Was passiert ist. Und Justus sagt, Bob, Peter, habt ihr Lust? Heute haben wir ja nichts Besonderes vor. Da können wir einfach mal in die Villa einbrechen. Genau, Justus. Also, heute haben wir Langeweile, lass doch mal irgendwo in die Villa einbrechen, ne? Also, wie andere einen Kino-Besuch planen, plant er einen Villa-Einbruch, ne? Also, fand ich auch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig, in dem Moment. Allerdings wahrscheinlich auch so ein bisschen der Länge des Hörspiels geschuldet. Vermute ich zumindest mal. Wobei, ist, glaube ich, dem Buch, glaube ich, ähnlich. Ja, es passt irgendwo nicht, ne? Also, ich glaube, Justus sagt ja nicht, normalerweise würdest du sagen, komm, wir gehen ja bei Tag dahin, gucken uns halt mal alles an, ne? Ohne Gefahr, ohne Probleme und nicht. Oh ja, ich habe heute Abend ein bisschen Zeit, lass doch mal eben kurz da einsteigen. Ja, dann kommen wir doch mal zu Jonas Lieblingszene. Der ist jetzt nicht da. Und wir werden jetzt rätseln, wieso, weshalb das eine Lieblingsszene ist. Und zwar ist es so, nachdem die vier in der Nacht zuvor in der Villa eingebrochen sind und einen Einbrecher beobachtet haben, sieht Michael am nächsten Morgen die Nachrichten im Fernsehen, wo sich der Verwalter der Villa Markels, etwa Brackmann, entgegen der Beobachtung der vier äußert, sprich, Brackmann hat Gepolter gehört, die Anahmenalarme ging los, er verfolgte den Dieb, der schließlich eine alte chinesische Vase einem Komplizisten über die Mauer reichte. Er konnte ihn aber weder erwischen noch erkennen, was ja alles erstunken und erlogen ist. Also es war ja wirklich kein Gepolter, keine Alarmanlage, kein gar nichts. Sie kriegen ja von dem Alten nichts mit. Nur dass eben halt wohl, wer ein Dieb da war und was gestohlen hat, dann kriegen sie ja gar nicht mit. Ja, und Michael fährt dann zu den drei Fragezeichen, um ihnen davon zu erzählen. Die drei Fragezeichen sind ja im Moment auch ein bisschen noch gar nicht informiert. Also Michael informiert oder der Leser informiert wieder ein Fragezeichen darüber, was in der Villa passiert ist. Also was Markmann gesagt hat, ne? Als ob die das nicht mitbekommen hätten. Ja, du musst halt dem Leser so ein bisschen eine Rolle zuschustern, ne? Du musst ihm ja sagen, pass auf, ich als Leser bin genauso clever wie ihr. Zum Mitwächter. Da ist halt so ein bisschen der Fluch und Segen des vierten Detektivs in so einem Mitwachfall. Also sonst kannst du sagen, wie es ja in den neuen Büchern, in diesen Mitwachbüchern ist, wie sollen Justus, Peter und Bob vorgehen? Was ja eigentlich auch ganz spannend ist. Davon ab. Aber was meinst du denn, warum ist er jetzt Jonas' Lieblingsszene? Gute Frage. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich vermute mal einfach um diese Szene, dass dieser Michael den drei in die Infos ranbringt, was ja eher untypisch ist. Was deswegen die Lieblingsszene ist. Ich muss auch sagen, die Szene an sich ist so, ja wichtig für den Fall, weil jetzt haben wir ja den nächsten Verdächtigen. Wir haben ja jetzt nicht nur Margie, nicht nur den Gärtner, nicht nur den Rotbart. Wir haben jetzt auch noch Edward Brackmann, der da irgendwie misserzählt hat. Und damit haben wir ja quasi das erste Mal den eigentlichen Täter jetzt im Visier. Endlich mal. Ja, wobei, ich muss sagen, ich finde den Edward Brackmann eigentlich ganz cool von der Stimme her. da komme ich nachher drauf zu sprechen. In meiner Lieblingsszene. Ne, also. Aber ich schließe mal kurz das Buch hinten an. Und zwar ist es ja so, im Buch, auch im Hörspiel, dass hier im Anschluss gehen ja Bob und Michael in die Bibliothek, um zu recherchieren. Also alles über Markles, über die Villa. Als sie dann im Zeitungsartikel gelesen haben, dass Jonathan Markles den Sack ja schon vor Uhrzeiten gekauft hat, um sich daran bestatten zu lassen und seine Meinung kurz vor seinem Tod noch änderte, begegnen sich ja zufällig dem Fotografen mit dem roten Schnauzbart. Ist ja im Hörspiel auch so, dass Michael hinterher rennt und quasi das Autokennzeichen sich aufschreibt oder sich merkt. Und daher, da kommen sie ja hinterher auf seinen Namen. Ist im Buch ein bisschen anders. Und zwar verfolgen sie ihn bis zu einem Imbiss. Dort observieren sie ihn. Und der rote Schnauzbart trifft sie mit seinem Zwillingsbruder. Das heißt, wir haben plötzlich zwei rote Schnauzbärte da rumlaufen. Bob und Michael trennen sich und jeder observiert einen der beiden. Michael, mit dem wir ja mitgehen, weil wir sind ja der Leser im Endeffekt. Michael beobachtet, wie sein roter Schnauzbart, habe ich jetzt aufgeschrieben, wie sein roter Schnauzbart sich auf den Weg macht, sich mit einem Mädchen trifft auf einem Spielplatz und clever wie Michael ist, versteckt er sich anschließend im Wagen des roten Schnauzbarts. Was eigentlich, ich weiß es nicht, also wenn ich mal observieren möchte, verstecke ich nicht in seinem Wagen, oder? Äh, nee. Ähm, gefährlich. Der rote Schnauzbär steigt natürlich dann, wie es kommen muss, mit dem Mädchen in seinen Wagen ein und fährt los und auf der Fahrt kriegt er halt mit, dass es sich bei dem Mädchen um die kleine Tochter handelt, die eigentlich bei ihrer Mutter und dessen Freund wohnt und die der Vater nun zu sich holen möchte und dafür den Staat verlassen will. Sprich, das ist ja quasi Kindesentführung. Oh, wow. Und an einer Raststätte kann Michael dann unbemerkt aus dem Auto entkommen. Nach einem Anruf in der Zentrale wird er dann von Patrick und Kenneth eingesammelt und der rote Schnauzbart wurde halt noch an der Raststätte festgenommen, denn er ist doch zufällig auf seinem Schwiegervater getroffen und er hat dann die Polizei gerufen. Das heißt, zack, der war schon mal außen vor und es war halt, wie sich der Raststätte auch der falsche rote Schnauzbart. Also Bob hat den richtigen verfolgt und Michael den Falschen. Lustiger auch, wie er dann in der Zentrale anruft und Justus sagt dann, Bob ist übrigens auch noch nicht wieder eingetroffen. Er hat uns allerdings bisher erspart, sich als Selektiv auf heiße Spur gleich über Dutzende von Kilometern verschleppen zu lassen und anschließend den Rettungsdienst zu rufen. Also er kriegt dann Michael erstmal schön einen vollen Latz geknallt, aber Michael ist ja im Buch noch ein bisschen ich finde ihn unsympathisch. Er sagt dann, Justus, du lässt das jetzt gefällt es nicht länger über dieses kleine Missgeschick und ich posaue dann in meiner Klasse in Detroit nicht aus, was für eine prachtvolle Figur du früher als Baby Fats so im Kino gemacht hast. Ich hätte gesagt, weiß nicht, bleib ja auf der Raststätte, sieh mal zu, wie du klarkommst. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja eher so ein Jelena-Comeback. Ja, also das ist so, nee, weiß ich nicht, fand ich unsympathisch. Ja, wie wir halt wissen, dieser Bobs roter Schnauzbart dann eben halt jener Humphrey Wassing, der das Kunst- und Antiquitätengeschäft führt, wo die vier dann auch eben halt mit dieser Vase vom Schrottplatz hingehen, wo sie ja Michael auch richtig zur Sau machen. Schrott, Trödel, sowas führen wir ja nicht, wir haben ja nur eine wertvolle Ware. Mit der Vase gehen sie ja halt zu dem Humphrey Wassing, der ja dann auch sagt, es ist ja ein Unikum, ich kriege die 20 Dollar für und ich konnte ja zufrieden sein, sie sind ja für jeden Fall fünf. Und dann kommt ja die Assistentin, die mir im ersten Moment ein bisschen unsympathisch ist, die kommt da hin und sagt ja, zeig mal her, ich bin die Assistentin von Humphrey Wassing. Zeig mir, ach du Scheiße. Aber sie klettert dann auf, pass mal auf, das ist kein Unikum, das ist ein Unikat. Das ist 200 Dollar wert. Und Peter, dein Peter, geht dann hin und schaut sich die Vase an und lässt sie dann fallen. 200 Dollar im Eimer, wie ja Bob so schön sagt. Also Peter ist da sehr unbeholfen in dem Moment. Ja. Möchtest du ihn verteidigen? Kann ich in dem Fall nicht, außer vielleicht zu sagen, dass es typisch in diese Ära passt. Ich habe ja noch eine Info von einem anderen Podcast, den wir eingangs mal erwähnt haben. Thomas hat sich ja damals auch das Find Your Face durchgelesen und es ist so, dass dieser Moment eigentlich dem Leser gilt. Also der Michael lässt eigentlich die Vase fallen und das ist auch das Ende des Falles. Das heißt, die drei sind so sauer, dass sie dich links liegen lassen und alleine weitermachen. Oha. Ja. Fand ich sehr gerne Info. Oha. Schieben die das einfach Peter in die Schuld? Äh, Schuhe. Wir können jetzt Peter loswerden und wir haben den nächsten Justus, Micha und Bob. Dann höre ich das Zeug nicht mehr. Justus, Micha und Bob. Nee, muss ich auch nicht haben. Also von daher. Ja, aber finde ich auch ganz interessant, wie dann Leonore Puscher das eingebaut hat. Also, so hast du halt den Humphrey Worsling quasi aus der Geschichte raus. Denn wie sich hinterher auch rausstellte, hat eben halt der Brackmann ihn wirklich kontaktiert. Er soll sich dann doch mal umschauen, was er gerne haben möchte. Deswegen hat er auch die Fotos gemacht. Also er hat sie wirklich direkt am Stecken. Deswegen hat er die Fotos gemacht, um sich mal anzugucken, ach, was könnte ich mir denn hier mal aus der Ausschau so gönnen. Also so hast du Humphrey Worsling quasi aus der Geschichte jetzt quasi raus. Supermarkt mit ganz raren Antikyptik. Nice. Ja, da kommen wir schon zu meiner Lieblingsszene. Quasi eine Doppelszene im Endeffekt. Also, weil ich diesen Kontrast zwischen Grady, Markles und Buckmann mag, die vier sind ja mal ausnahmsweise bei einer ganz normalen Flüge, also tagsüber in der Villa, ganz legitim, ganz legal, mal nicht abends, irgendwie bin ich nicht mal eben eingebrochen und wollen die Ausstellung bei Tageslicht in die Lupe nehmen und sie wollen auch Grady Markles besuchen, der halt im Obergeschoss der Villa wohnt. Und da haben wir ja in dem Moment, wo dann eben mal dieses Durchgang verboten schild ist, Justus sagt dann eben halt, so etwas ist für ein Detektiv gerade zu einer Aufforderung weiterzugehen. So, und halt jetzt deine News, ne, Erster Detektiv Peter Schur mal jetzt in Angriff zu nehmen, ist es im Buch so, dass Peter Justus nachäfft und sagt dann, die erforderlichen Ermittlungen im vorliegenden Fall rechtfertigen es wohl, dass wir uns durch solche Vorschriften nicht aufhalten lassen, ne, also, und Justus merkt halt auch, dass eben halt, ähm, Peter ihn so ein bisschen nachäfft und sagt dann, ja, wo gehen wir denn hin, gehen wir jetzt die Treppe hoch oder bleiben wir hier unten und gehen wir ins Büro rein, ne, und Peter ist so ein bisschen, äh, Moment, also er, er schießt so ein bisschen zurück, fand ich ganz witzig, schade, dass es nicht mehr Hörspiel ist, muss ich sagen. Finde ich auch tatsächlich schade, weil, äh, das Ding ist, es zeigt einfach nochmal, wie viel die drei doch zusammen abhängen, weil, ähm, das kannst du ja nicht einfach so, also, da brauchst du, um quasi, sag ich mal, deinen besten Freund oder so, jetzt, oder wie wir das hier gemacht haben, nachzuöffen oder generell, so, wie er sich quasi auszudrücken, da muss man ja schon doch relativ viel Zeit miteinander verbracht haben. Ja, dann auf jeden Fall, ja, vor allen Dingen, ich sage ja so ein bisschen, ein bisschen auch die Freundschaft zwischen den drei, dass sie so ein bisschen, auch mal ein bisschen hochnimmt, ein bisschen, mit dem Witz an die Sache rangeht, obwohl man halt in der Nacht zuvor dann in die Villa eingebrochen ist, ja, und die ganzen Geschichten, die man da erlebt hat, also, ganz, ganz easy, bisschen mal ein bisschen auf den Arm genommen. Ja, sie sind dann oben zu Grady Markles, der da richtig schön fröhlich Kavier spielt, klopfen dann da an, und Grady ist ja sehr, sehr offen den, 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 den Vieren gegenüber, ne, er klärt ja dann auf, dass er eigentlich die Firma seines Großvaters übernehmen sollte, er wollte aber lieber Schriftsteller werden, oder Maler, oder Journalist, oder sonst irgendwas, und ging dann weg, und als der Großvater starb, kam er zurück, um sein Erbe anzutreten, doch im Testament steht, dass er das erste nach dem Tod vom Verwalter Barkmann antreten darf, und Barkmann selber hatte ja gehofft, alles zu erben, und Barkmann ist auch der Meinung, dass im Haus noch irgendwo ein Testament versteckt ist, und auf die Frage, wenn, warum der Großvater das Bild vom Sarg gemalt hat, hat er auch keine Antwort, und er gibt sogar den Dreien, so den Vieren, ja auch ein mögliches Motiv an, er sagt ja, Motiv ist Geldmangel, immer wenn er Geld braucht, muss er halt, äh, Barkmann fragen, und sagt, das ist auch kein schönes Leben, ne, also er gibt ihm alle Infos, plus Motiv gegen sich selber, was ja ihn für mich eigentlich direkt, direkt, ähm, unverdächtig macht, gar nicht verdächtig macht, weil er, ich finde ihn auch mega sympathisch, von der Stimme her, der ist für mich echt so einer, so in so einem grauen Anzug sitzt er dann da, so eine dürre Gestalt, lichtes Haar, weiß ich aus dem Buch, ne, also ich finde ihn mega sympathisch, und du lachst, hast du eine andere Vorstellung von ihm? ne, tatsächlich auch, aber das Ding, er nennt mich in, äh, dem, äh, total an Bifi. Ja. Weil da ist ja auch so, von wegen, ist es bei ihm nicht auch so, bis er 21 ist, oder so darf er, äh, vom Verlag oder vom Geld, was er geerbt hat, nichts ausgeben, äh, und muss dann warten, bis, ähm, wie gesagt, er 21 wird, oder war das, das weiß ich gar nicht. Oder war das jetzt doch vielleicht eher Karl Magnus? Ach, du heilige Motiv. Ja, 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 der darf ja erst, erst erben, äh, der darf ja erst, erst die Dings antreten, der silberne Spinne hinter, ja. Ja, aber, also, aber wenn man sich ja viel mehr erinnert hat, ne, an die gefährliche Erbschaft, hat der Kello, ja, sagte, weißt du was, ich guck solche Ede schon selber finde, denn sonst bin ich am Ende ja nur der Mann an der reichen Frau, der um jedes Taschenkel betteln muss. Stimmt. Ne, und, und, Grady ist aber, der hat zwar das selbe Motiv, aber er wirkt halt einfach mega sympathisch. Ja. Also ich, ich mag ihn total. Also das ist wirklich so einer, wo ich sage, oh, weißt du was, das ist ein lieben Kerl, der ist es nicht. Wobei natürlich dann schockierender gewesen wäre, wenn er es gewesen wäre, ne? Das stimmt. Ähm, ich kann ja mal noch ein bisschen aus dem Nickerchen plaudern, aus dem Buch. Und zwar ist es so, dass er sich mit einem, äh, Mädel getroffen hat, mehrmals, ähm, die in dem Buchordnung eine andere Rolle spielt, aber das fand ich jetzt natürlich nicht mega erwähnenswert. Und die Frau hat gesagt, ja, ich finde dich ganz interessant, aber du gibst dir mehr mit deinen Hobbys ab, als mit mir. Ich brauche quasi eine Auszeit, ich fliege mal zu meiner Freundin nach Montreal. So, und was machen die drei Fragezeichen, wie sie sind? Hörst du es sagt, wenn sie sie wirklich lieben, oder sie wirklich zurückhaben wollen, sagt Peter, sagt es glaube ich sogar, fliegen sie auch in Montreal und, ähm, besuchen sie. Und nur so sagt er mich, und besorgen sie vorher einen großen Rosenstrauß. Oh mein Gott. Die drei Fragezeichen-Vermittler. Ja, die misst ja irgendwelche Datingshows mit den drei Fragezeichen. Wollen wir uns sagen, was vielleicht hat Peter da auch einfach Erfahrung mit Kelly. Hat er da Kelly schon? Ich glaube nicht, ne? Giftige Gockel erst. Giftige Gockel war die Folge. Scheiße, stimmt. Stimmt. War später. Kann man später erst. Wenig später, aber später. Da hat er sich schon mal gesehen und hat sich Gedanken gemacht, wie er mit ihr Armband nennen kann. Wobei wir wissen ja, Kelly hat sich selber entschieden. Pass mal auf, Peter, du warst eine Freundin, hier bin ich. Auch Justus mit den Rosen. Ja, wahrscheinlich durch Onkel Titus ein bisschen Erfahrung hat somit. Stimmt, Onkel Titus ist wahrscheinlich eine gute Einfluss. Wie man eine Frau beruhigt. dass er mal chillt, wenn die auf dem Feuer ist, an weiß, Onkel Titus sich gerade hier zu helfen. Wie gesagt, welcher Lust, ich finde, ist der Kontrast zu etwa Brackmann. Sie machen dann die Tür zu, er war ziemlich geil, sie machen die Tür zu und instant geht die Klaviermusik wieder an. Also instant sitzt dann Grady Marquez wieder an seinem Klavier hier und ich will Klavier und er hat endlich wieder Besuch gekriegt. Oder er freut sich, dass er vielleicht nach Montreal fliegen darf, ich weiß es nicht. Seine Angebeteten. Sofort geht die Klaviermusik wieder voll spannlos, was ich ziemlich gut finde. Und sie erwischen dann eben halt Margie bei Brackmann im Büro nicht halbwürdig wühlen. Ist halt so, wenn wir erstmal generell, wir haben schon Margie so als Langfinger schon so ein bisschen Trickgebien-mäßig haben wir ja schon besprochen. Im Buch ist es dann wirklich so, dass sie hinterher Margie auch noch verfolgen und stellen fest, dass sie halt Geld geliehen hat und sie konnte das nicht zurückzahlen. Deswegen war sie so ein bisschen unter Druck. Naja, das heißt, sie hat auch direkt am Stecken, aber an anderer Stelle. Margie ist ja relativ schnell weg. Sie sagt ja, ich suche hier einen Brief. Im Buch heißt dann auch, sie sucht einen Brief, die hat den Besucher ihr mal gegeben und sie fand ihn so rührend, Brackmann hat ihn ihr weggenommen, hat ihn mal liegen lassen und dann hat der Brackmann ihn eingesackt und sagte, konzentriere ich mal lieber auf deiner Arbeit hier, statt den Brief da zu lesen. Ne, also Margie spielt dann auch die Liebeskarte aus im Endeffekt und sagt, ja, das ist ein Brief von einem Besucher. Ja, wollte ich wieder zurückhaben. Die arme Maus. Ja, und dann kommt ja, nachdem Margie weg ist, Brackmann rein und ist ja erstmal richtig sauer. Er will sie ja auch verscheuchen, ne, was macht ihr, ihr habt ihr jetzt zu suchen und, ähm, geben wir auch die Karte und dann sagt der Brackmann, die Frage zeige ich dir, wofür mangelndes Benehmen, was? Ne, also richtig sauer. Gut, verständlicherweise auch, ne, er kommt da in sein Büro, der ist durch die Schreibung durchwühlt, da stehen drei Fremde oder vier Fremde im Büro und das ist ja erstmal so ein bisschen, wäre ich auch 180, wenn einer in meinem Büro stehen würde und Justus spielt ja dann erstmal seine, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, sprich, ja, Vorsicht, die Polizei rufen, hier unsere Visitenkarte, ne, also sofort, als Legitimation, wir sind die, wir dürfen das, obwohl sie ja gar nichts gemacht haben im Endeffekt, aber im Buch ist es ein bisschen anders, im Buch ist es so, Brackmann will die Polizei rufen, und Justus klemmt ihm die Visitenkarte an die Wählscheibe und Brackmann sagt, euer Weltfirma kann ich vom Hören sagen, fünf Minuten gebe ich euch, ne, also, also auch herablassend, aber irgendwie, fand ich ein bisschen passender vom Buch her. Aber wie gesagt, Brackmann ist natürlich dann erstmal durch diese ganze Geschichte mit dem Diebstahl verdächtigt, die Falschaussagen verdächtigt und eben halt jetzt auch vom Auftreten her für mich eigentlich so ein, ein Gegenschutz zu Markers, also Markers ist für, Grady Markers besser gesagt, ist wie gesagt der Hempfling und Brackmann ist für mich so ein bulliger Typ, so einer, ne, der wirklich dann direkt Kasala gibt und, ne, Markers ist so, Grady ist so zurückhaltend und Brackmann ist direkt so forscht, direkt so, hau drauf. Dazu muss man sagen, denke ich, dass das ja aber auch natürlich erstens so beabsichtigt ist und zweitens, wenn du jemanden hast, der verdächtig ist, der dann sich gleichzeitig auch noch wie das größte Arschloch benimmt, ist doch eigentlich meistens klar, dass der entweder der Täter ist oder nebenbei auch noch Dreck am Stecken hat. Wohingegen dann, wie jetzt auch bei Grady Markers, es dann total, ähm, überraschend wäre, wenn er dann tatsächlich der Täter wäre. Aber, äh, so Glück ist das ja in dem Fall nicht so. Ja, ich finde auch, Brackmann, der strahlt sich so eine Gefahr aus, irgendwie durch sein Auftritt, durch seine Stimme. So weißt du, vor allem, ich halte dich lieber fern von dem, der könnte gefährlich ausgehen. Also wieso, wenn der Nachbar, der dich so auf einen Kieker hat, sag ich mal, oder Lehrer dich auf einen Kieker hat, ne, also, da sagst du direkt, okay, von dem halte ich mich lieber fern, könnte böse enden. Ab pro Ende. Da kommen wir auch schon zum, zum doppelten Ende im Endeffekt. Wir haben ja, wir haben ja quasi zwei Enden. Und zwar haben wir ja einmal den Moment, dass die vier halt wieder in die Villa einbrechen und Bob haut ja diesmal eine Vase runter. Ne, Justus nimmt seinen Geist gegenwärtig eine, eine, eine Scherbe mit. Im Buch ist das ein bisschen anders. Im Buch fliehen sie und Justus sagt, ich muss mal kurz zurückgehen, ich gucke euch wieder. Also, und die anderen denken sich natürlich, also, ist er bescheuert? Warum will er denn jetzt schon wieder zurück in die Villa? Und er klärt dann halt auf, dass eben halt in meinem Zerbrechen schon etwas geschwant hat, denn wenn kostbare Dinge zerspringen, hört es sich anders an. Also Justus mit dem perfekten Gehör hat sofort erkannt, Moment. Sherlock Holmes lässt grüßen. Da stimmt doch was nicht und geht zurück mit dem Stück der Vase mit. Ist allerdings gut gelöst auf dem Hörschirm, muss ich sagen. dass er einfach einsteckt, weil Spaß, Zeit und ergebnisweise das Gleiche. Ja, Justus lässt ja die Vase später dann untersuchen, die Scherbe und es stellt sich heraus, dass es eine Fälschung ist. Weil Bob natürlich erst mal die Zeit da kommt, bevor er, ach die Vase, erinnert sich daran, da kriege ich jetzt zur Schweißausbrüche. Also Bob ist wirklich fix und fertig, während Peter, der eine 200 Dollar Vase hat fallen lassen, völlig egal. Also, ja, ist schon 24 Stunden her, also quasi gar nicht mehr relevant. Lass ich mal so stehen. Also Peter ist halt relativ gechillt. Wobei er so ein bisschen sich zuerst hätte zurückerinnern müssen. Also, mein Gott, die Vase, die ich kaputt gemacht habe, die war ja genauso teuer. Wobei, die Vase ist wahrscheinlich noch teurer von Bob. Vermutlich. Nee, also wie gesagt, Justus lässt halt die Vase untersuchen. Es ist eine Kopie. Und daher kommen sie dann hinter im Moment. Entweder kommt jetzt Grady, Bob oder Gärtner in Frage. Die tauschen halt die, ähm, die Ware aus. Also das Ausstellungsstück tauschen sie aus. Durch eine, durch eine Fälschung. Verkaufen das Original und melden halt später das, ähm, Duplikat als Ja, kurz nochmal zum Buch. Da spüren wir ziemlich viel ins Buch, merke ich gerade. Im Buch ist es so, dass die Brackmann mit einem Trick aus der Reserve locken. Und zwar ruft Morten unter falschen Namen an und gibt vor, ein Ausstellungsobjekt kaufen zu wollen. Ne, also Brackmann sagt erst, wir gehen erst mal ab, ne, ne, will ich nicht. Und er sagt dann, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Ach Gott. Und da ist dann Brackmann so ein bisschen, oh, weißt du, was kann ich mir ja doch mal antun. Er will ich ein Treffen ein. doch Mortens Tarnung fliegt auf. Denn als ein Arbeitskollege, der Brackmann eine Woche zuvor zu einem recht dubiosen Ort fahren musste, wird er von ihm als gegrüßt und mit Morten angesprochen. Und er hat sich vorher mit einem anderen Namen ausgegeben. Das heißt, er fliegt auf und Brackmann kann durch die Toilette quasi entkommen, sag ich mal. Oh, okay. Er gibt dann vorher, ich muss noch kurz kurz aufs Örtchen und ist dann weg. Okay, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es cool gefunden, wäre das im Hörspiel drin gewesen. Ja, ist auch wirklich eine schöne Stelle, weil du hast bei Brackmann so ein bisschen eine andere Situation, du hast Morten mit dabei, der mal wieder als fünftes, oder jetzt auch fünftes Fragezeichen aushelfen darf. Und er hatte auch, ich glaube, ich lese, so richtig Spaß daran. Mal wieder so ein bisschen Abwechslung zu seinem Chauffeurjob. Also gerade wenn Morten so auftritt, so abseits seines Charakters im Endeffekt des höflichen Chauffeurs dann so ein bisschen in andere Rollen schlüpfen darf, finde ich immer wieder gut, muss ich sagen. Ist es auch. Ja, dann noch eine andere Stelle aus dem Buch. Ich mache ganz viele Büchersachen. Nach dieser Szene ist es dann so, dass eine Frau auf den Schroppers eintrifft und vorgibt, für die drei einen Aufrag zu haben. Ich sage mal, für die vier muss ich ja immer sagen. Ich sage jetzt mal die drei. Ihr Sohn ist durchgebrannt und er ist in einen Fernbus gestiegen, welcher in einer Ortschaft 150 Kilometer von Rockgebiets entfernt Halt macht. Auf die Frage, warum sie denn nicht einfach dahin fährt, um den Sohn abzuholen, meint sie, würde nichts ändern. Er würde sofort wieder durchbauen, wenn sie ihn zurückholt. Aber auf die Fragezeichen würde er hören, weil er sie schon immer einmal kennenlernen wollte. Okay, eine sehr komische Ausblicke, komische Argument, weiß ich nicht. Allerdings Kinder, ne? Man weiß ja nie, wie die ticken. Nö, nö? Klappe. Ja, sie steigen dann artig, wie sie sind, zu der Frau ins Auto. Auf dem Weg zur Ortschaft muss die Frau dann tanken. Und die Frau ist ausgestiegen, lossteckte die Tankanzeige und sieht, hör mal zu, sie ist noch zu dreiviert gefüllt und der Fahrzeugbrief steht auf, auf wen der Wagen zugelassen ist. Jetzt rate mal, auf wen der Wagen zugelassen ist. Hm, keine Ahnung. Ja, hau raus. Du bist doch Sherlock-mäßig unterwegs, hast du gesagt. Frag mal. Ja, und jetzt frag mal, sind Sie links oder Rechtshänder ist die Frage. Das war eine Anspielung auf deine Gastronomie-Geschichte, Mann. Da fehlt wieder der Bob, der hinter mir wieder ein Schild hochrennt, jetzt lachen, weißt du? Stimmt, obwohl das könntest du jetzt mit dem Soundboard machen. Ja, stimmt. Das wissen die Hörer ja nicht, welches da ein Soundboard stehen hat, wo ich ein paar Sachen einspielen kann, wie zum Beispiel Das ist für mich ein Genie, das ist für mich ein Einstein, er ist für mich ein Garant des Wissens. Ja, so, ja, heißt, wenn ich mir selber abfeiern möchte, brauche ich ja gar nicht mehr machen, ich drücke auf den Knopf und habe sofort hier. Also wäre es geplant gewesen, sehr schön. Wobei, jetzt hast du mich rausgehalten, ich bin nicht hier völlig aus dem Konzept. Brackmann. Ja, Brackmann ist genau. Und Justus spielt dann mit offenen Karten und die Frau setzt die vier dann zwei Stunden von Hockey Beach entfernt einfach aus. Sie ist auch wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen panisch, so ein bisschen, ich wusste, es geht schief und so weiter. Es ist dann wirklich auch so ein bisschen vom Brackmann anscheinend Druck gesetzt worden, vermute ich zumindest mal, also so ganz koscher war die ganze Sache nicht. Wobei ich mich frage, was hätte sie denn mit den Vieren machen sollen? Ja, 150 Kilometer von Hockey Beach entfernt aussetzen sollen. Weil da musst du erst mal zurückkommen, als 14- bis 16-Jähriger musst du erst mal gucken, 150 Kilometer zu Fuß ein bisschen. Ein Anhalter. Ja, wäre ja noch ein Anhalter gewesen. Du hast ja kein Handy mit. Ja, aber also ich finde das ein bisschen unsinnig. Ja, es ist ja einfach nur, sie sollten den wegbringen, damit Brackmann irgendwie, glaube ich, ein Geschäft anwickeln kann, vermute ich mal. Irgendwie so, was war das, glaube ich, gewesen. Aber Brackmann wollte sie halt erst mal aus dem Weg, als Warnung halt, ne? Ich meine, wenn du dann wirklich als Teenager, Jugendlicher dann plötzlich am Arsch der Welt ausgesetzt wirst, wo halt nur der Fernbus hält und nichts anderes, das ist schon ein bisschen Panik, ne? Ein bisschen Normalfall. Stimmt schon heutzutage wahrscheinlich dann eher nicht so, weil von wegen Handy und so, aber Ja, vor allem nächster Bahnhof oder sonst was wahrscheinlich auch um die Ecke. Ja, also je nachdem, wo du ausgesetzt wirst, aber wie gesagt, wobei in Deutschland mit dem Handy auch so eine Sache ist, ne? Du hast ja nicht überall Empfang. Ich meine, bist du mal auf der A3 unterwegs? Erinnere mich bloß nicht daran. Dann ist vorbei mit Handy. Also in den USA hast du wahrscheinlich ein besseres Netz als hier. Als die vier wieder zurück sind, rächt sich gut, ist das natürlich am Brackmann. Lässt natürlich nicht auf sie sitzen und mit verstellter Stimme gibt dir an, dass der Wagen einen Unfall hatte und die Frau verletzt im Krankenhaus liegt und Brackmann macht sich halt auf den Weg und so haben die Frier halt freie Bahn in der Villa Markels am Abend. Ist die Frau eigentlich irgendwie jemand, der ihm nahe steht oder so? Wird nicht gesagt. Okay, weil wenn es ja jetzt nur irgendeine Person ist, die erpresst hat, ich weiß nicht, wäre dann wirklich ins Krankenhaus gegangen? Ja, ich glaube schon. Es wird ja jemand sein, der dir schon vertraut ist, weil, ähm... Ja, eben. Deswegen, also keine Ahnung, vielleicht war es ja seine Tochter oder seine Frau oder... Seine Geliebte. Man weiß es nicht. Auch so ein Thema in der Folge. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Ende. Ich meine, Brackmann wissen wir ja, dass der Dreck am Stecken hat. Der hat sich ja selber überführt im Endeffekt. Das Rätsel selbst. Brackmann ist ja, wie gesagt, weg, zumindest laut Buch. und an dem Tag findet keine Führung statt, wo sie halt zur Villa zurückgehen und die Panzerknackerbande bricht erneut in die Villa ein. Wie oft die in die Villa einbrechen, ist doch unnormal. Das ist ja... Ich will mir mal Gedanken machen als Villa-Besitzer. Das ist wirklich öfters, als... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in den drauffolgenden Folgen noch öfters passiert, ja, aber in einer Folge schon so oft. Nee, 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 nee. Sie sind permanent nur am Einbrechen. Ja. Und Conor lässt ihn heutzutage durchgehen. Ja, zumal damals Reynolds nicht gut auf die Drei zu sprechen war. Ja. Also vorher schon, weil sie irgendwie zu viel gewagt haben und Reynolds war richtig sauer. Also, da gibt es auch noch eine Szene im Buch, dass eben halt bevor sie in die Villa zum x-mal einsteigen, wird Michael halt aufs Revier geschickt, um halt die Anzeige gegen die Frauen gegen Backmann zu machen, wegen Kindesentführung und so weiter und so fort und eben halt auch dieser Betrug mit den Ausstellungsgegenstücken. Er wird Michael auf die Villa geschickt. Äh, auf die Villa, genau, er wird auf die Villa geschickt. Er wird aufs Revier geschickt und möchte dann alles zur Anzeige geben und wie es dann so ist, kommt dann halt ein Polizist und sagt, ich brauche mal eben, komm mal eben mit und er ist dann bei einer Gegenüberstellung dabei und wird dann aber allerdings von der, ähm, Zeugin bei dieser Gegenüberstellung als Täter ausgemacht und er hat angeblich, ja, ja, er wird dann völligerweise beschuldigt und wird dann erstmal, ähm, festgehalten. Wetten, das war, das war im Original so ein Ende. Das kann sein, das kann durchaus sein. Ne, also, ähm, das fand ich auch ein bisschen, ich denke mal, Moment, wo geht denn jetzt der Strang hier hin, weil ich kannte ihn halt aus dem Hörspiel überhaupt nicht, ich denke mir, ja gut, so eine Anzeige machen, damit er erstmal raus ist wahrscheinlich aus der ganzen Geschichte und dann wird sie da einfach mal eben, äh, festgehalten, weil er eben halt verdächtig ist. Das war so 100% ein Ende, das erinnert mich voll hier an, äh, bei unserem Buch, wo sie dann in das Haus gehen und dann von wegen, weil sie es ja nicht dürfen, dann verwiesen werden in der Insel. Ja, die Gefängnisinsel war, glaube ich, ne? Ja, ja. Das ist voll, glaube ich. Ja, kann durchaus sein, dass es ein Ende gewesen ist. Ich glaube, ich bin mal ganz spannend, mal rauszufinden, was waren denn eigentlich so die Enden, ne, die man, wo man verkacken konnte im Hörspiel. Ja, da müssen wir unseren Tommy fragen. Er weiß aber auch nicht alles, wie man ja gehört hat. Ja, aber er hat's gelesen. Ist richtig. Naja, machen wir weiter. Kommen wir denn zu dem Rätsel. An einem Tag ist ja keine Führung. Die vier brechen halt in die Villa ein. Sie untersuchen noch einmal den Raum, stellen noch einmal fest, dass die Totenköpfe auf dem Bild seitenverkehrt gemalt sind. Auf dem Bild hat der Totenkopf links am meisten Tränen. Auf dem Sarg selbst ist es der rechte Totenkopf. Schaut man sich das Gemälde allerdings mit Spiegel an, sind die Verhältnisse wieder richtig. Wenn man sich das Bild mit Spiegel betrachtet, erscheint darin Markels Bild mit dem Tresor dahinter an der Wand links von dem Sarg. Auf dem Bild selbst ist das Bild mit dem dahinterliegenden Tresor rechts von der Wand. Ist, ich glaube, vorgelesen mega kompliziert, im Hörspiel nicht ganz so kompliziert. Ich hatte da echt Probleme zusammenzufassen, weil dann wirklich links, rechts, wo ist was, Spiegel, Originalgemälde. Justus schließt dann daraus, dass rechts von der Wand also ein vorstecktes Tresor sein muss. Ja, und dann, wie kommen sie halt auf den Tresor? Nell, möchtest du sagen? Äh, ist es Peters Tritt? Ja. Ja, siehst du. Haben wir wieder dieses, dieses Element von wegen, äh, Peter, ähm, löst zufällig eventuell den Fall. So, und pass mal auf, wenn ich dir jetzt sage, dass im Buch eigentlich Justus vor die Fußweiße tritt und dann die Wand aufspringt, dann weißt du wieder, Moment, der arme Peter muss sie wieder herhalten. Ich kriege einen Koller, das ist doch echt einfach unmöglich. Ja, andersrum ist es ja immer positiv. Justus war halt sauer, da er nichts gefunden hat an der Wand und tritt dann halt vor Hust. wieso ändert man das dann? Weiß ich nicht. Wenn Peter auch was zu tun hat. Wann ist der Peter in dem Fall? Der ist ja das fünfte Rad am Wagen. Scheiße, stimmt. Außer die Wasserfallen lässt, wo ich rauslegen muss. Mir, mir, graut es schon vor unserer Lieblingsdetektiv-Wahl. Ja, dann, wie gesagt, Tresor ist gefunden und auf dem Tresor steht dann nochmal ein kleines Rätsel. In Großbuchstaben steht da drauf, dem glücklichen Finder eine A-letzte Hürde und dann unten drunter als Notiz mein Geheimnis 1A-Qualität wie alle meine Tresore. Der Spiegel wird helfen. Sie kommen dahinter darauf, dass sie jeweils den ersten Buchstaben des großgeschriebenen Wortes ihrer Stellung nach im Alphabet zuordnen müssen. Also 1 ist gleich A und der Hinweis, der Spiegel wird helfen, gibt Ihnen anschließend vor, dass Sie die umgekehrte Reihenfolge eingeben müssen. Dieses 1 gleich A muss ich gestehen, habe ich mir mal geklaut. Ich habe ja mal Jugendfußballtrainer gewesen und bei einer Abschlussfahrt bei einer Schnitzeljagd habe ich dieses 1A auch benutzt. Und die Kindes kam auch darauf. Fand ich ein ganz nettes Rätsel, fand ich kindgerecht, wurde auch gelöst. Von daher fand ich da eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Vor allem auch was zum Mitüberlegen. Ist es auch. Tatsächlich, der Witz an der Sache ist, dieses 1A haben wir früher in der Grundschule tatsächlich immer benutzt und haben dann in Zahlen unsere Botschaften auf Zettel geschrieben und so weiter gereicht. Das war immer dann ganz witzig, wenn unsere Lehrerin kam und so war. Jetzt geht mal bei den Zettel, das lese ich jetzt laut vor der Klasse vor und dann musste ich die ganzen vorlesen. Lese ich jetzt vor. 1, 8, 5, 7, 6. Das war so geil. Hast du ja wirklich vorgelesen? Ja. Ja, geil. Aber sie hat es halt nie richtig gecheckt. Ja. Vor allem, wie das mehrmals passiert, du lese ich jetzt laut vor und dann steht mir so eine Zahlenreihe und denkst dir, okay, Moment, sie hat anscheinend kein Teil der Fragezeichen gehört. Ja, sie hat es dann auch tatsächlich irgendwann gelassen, weil ich denke, sie dachte, wir verarschen sie, weil es gab natürlich auch andere Zettel, wo dann wirklich was draufstand, leider. Aber war schon extrem witzig. Das glaube ich. Wenn ich da vorne die Zahlen vorliest, ist das schon schön. Ja, wie gesagt, sie öffnen halt den Tresor und finden dann im Inneren das Testament, wo draufsteht, dass der Finder des Testaments bestimmen darf, wer denn alles erben soll, Grady oder Brackmann. Wobei ich im Moment dachte, wo sie dann jubeln, dass sie denken, boah geil, jetzt dürfen wir alles erben. Oder hast du auch das Gefühl gehabt? Also ich denke eher, das war so von wegen, yes, geil, wir haben das Rätsel jetzt gelöst, wir haben das Testament gewunden. Wir dürfen jetzt denjenigen bestimmen als Erben, den wir besser fanden von den beiden, natürlich den sympathischen, nicht das Arsch. Ja, vor allem wird dann im Buch auch ein bisschen deutlich, warum er Jonathan Markles so gehandelt hat. Und zwar war er sich unsicher. Er schreibt nämlich noch im Testament, vielleicht habe ich Grady Unrecht getan, als ich ihm vorwarf, nicht wie ich selbst zu sein, statt ihn so anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Vielleicht war ich auch Edward Brackmann gegenüber, in meiner letzten Lebensphase zu misstrauisch und unnachbar gegenüber, hat er doch viel für mich getan. Das heißt, er war sich einfach unsicher, wem kann ich vertrauen, wem kann ich das Geld geben und wie man ja am Ende sieht, auch zu Recht. Ja. Ja, also, bevor er jetzt den Fehler gemacht hat, Brackmann alles zu geben und Grady außen vorzulassen, hat er gesagt, weißt du was, ich mache ein Testament und derjenige, der das Testament findet, darf dann bestimmen, wer alles bekommt. Das finde ich auch was, wo du sagst, weißt du was, wenn ich mir sicher bin, mache ich ein Testament und sage mir, was man auch, wer das findet. Fände ich schon geil, irgendwie so ein Testament zu hinterlassen mit so einem Rätsel. Ich war tatsächlich am überlegen, wenn ich Testament dann so eher wie hier der alte Knacker aus Gefährlicher Erbschaft. Dingo. Das fand ich schon ziemlich geil. So richtig auch schön mit Beleidigungen und so einfach, weil ich meine, die können wir ja eh nichts mehr anhaben. Das ist richtig. Ja, aber schon irgendwie cool, ne? wie problematisch, wenn der Zieler plötzlich sein Testament in Rätsel verpasst und sein Erbe irgendwo versteckt. Stimmt schon, aber nee, könnte ich mir tatsächlich vorstellen und dann aber bitte schön noch auf meinem Grabstein sowas stehen haben wie Tschüssi Loser oder so. Ja, auch wie halt den Feuermond, ne? Hast du die Welt gesehen? Hast du viel gesehen? Das ist die halbe Wahrheit. Ja, aber ich finde generell, diese Testamentsgeschichte eigentlich generell immer ziemlich nah. Also Testament, Erbe mit Rätseln dahinter haben wir ja in einigen Folgen. Der finde ich immer wieder sehr spannend, weil du kannst ja den Typen auch nicht mehr befragen, der ist halt öhm. Also von daher, ja, von daher kannst du schlecht nachfragen. Du musst halt auf eigene Art und Weise das Rätsel lösen. Also von daher finde ich sowas immer sehr spannend. Auch Victor Eugenie hatte ja ein Testament quasi hinterlassen. aber wir wissen, der ist noch da. Rätseltestamente hinterlassen nur die Besten der Menschen. Ich mach auch eins. Ich auch. Aber weh, ich muss dann irgendwas Schwieriges bei dir lösen. Was, wenn ich dir was verärbe? Auch ein guter Punkt. Du kannst einen leeren Kasten Wasser haben oder so. Immerhin 3,30 Euro Pfand. Kann ich irgendwo vergraben, dann kannst du den ausbuddeln. Stell dir mal lustig vor, ey. Schön, den Wasserkasten verbuddelt, der. Immerhin kein Alkohol. Der wäre ja zu teuer, ne? Ja. Wie es dazu kommen musste, werden die vier von Backmann überrascht von Backmann überrascht und natürlich, wie es sich gehört, fachgerecht mit einem Revolver bedroht. Und dann kommt er, dann kommt er da, der Held der Folge, der Gärtner, der immer wieder verdächtigt worden ist von Peter und von Michael. Peter ist auch immer wieder dabei, der immer wieder den Gärtner ins Spiel bringt, ne? Immer wieder sagt dir, der Gärtner, der ist gehört, da müssen wir aufpassen. Ja, und der Gärtner war halt so clever, hat zuvor Backmann die Munitionswaffe genommen und eilt ihnen zu Hilfe. Was mir aufgefallen ist, hinterher, aber erst beim x-ten Mal hören, ich habe im Buch steht drin, die drei wollen, die vier wollen ja fliehen und ist also abgeschlossen und der Gärtner haut halt eine Scheibe ein. Das hört man auch im Hörspiel, ist mir aber nie bewusst gewesen. Also ich habe es immer wieder mal gehört, klar, aber nie so bewusst, dass er wirklich durch die Scheibe kommt. Woblich? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich es schon so oft gehört habe, dass er einfach mittlerweile absäuft beim Hören, ne? Ja, sei froh, vielleicht hat er sich auch wirklich vom Dach abgeseilt und mit so einem Seil dann durch die Scheibe richtig durch. Aber schon ein bisschen Actionmusik dabei angemacht, Genau. Ne, aber finde ich schon lustig, weil der Gärtner einfach mit der, ich glaube mit der Gartenschelle, die Scheibe einschlägt und dann da sagt, Guten Tag, hier gibt die Revolver her. Der Gärtner ist auch wirklich sehr cool, muss ich sagen, vollidiot, ich habe schon die Munition rausgenommen, also ich finde ihn wirklich sehr, er spricht ja auch zum ersten Mal, obwohl er ja so oft schon aufgetaucht ist oder verdächtigt worden ist, ist ja auch so, dass sie im Buch ihn, sagen wir mal, verfolgen, bis zu seinem Gartenhäuschen, aber dann sehen sie halt, Brackmann, ja, Brackmann geht dann im Park vor der Villa mit seinem Pudel spazieren, ich dachte mir, okay, Brackmann und diese Art von Hund, das passt nicht, nicht zu meinem Brackmann. ist ein weißer Hund, hätte sich dann noch auf so einen Sessel setzen müssen, so mit Pudel im Arm, genau. Stell dir mal vor, wie Brackmann da mit dem Grön durch den Park spazieren geht. Komm, Daisy, mach dein Häufchen. Ne, also das passt nicht zu meinem Brackmann. Das ist vielleicht ein Wolf oder so, ja, aber kein Hund. Oder so ein großen Schäferhund oder so, was ich irgendwie gehört. Ein Pudel. Ja, ein Pudel, was ich gehört, so ein Mops oder so, weißt du. Das passt nicht zu meinem Brackmann, muss ich sagen. Na, immerhin kein Chihuahua. Ja, so ein Handtaschenhühnchen, der ist ja dabei, weißt du. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, Brackmann hat überrumpelt und sie setzen letzten Endes Grady als Erben ein, wo ich den Abschlussdacher eigentlich diesmal ganz gut finde, muss ich sagen. Er ist ja oft so ein bisschen so, boah, nee, der Abschlussdacher ist so ein bisschen, ah, nee. Peter sagt ja dann zum Gärtner, ich dachte immer, sie wären der Bösewicht, ich mache ja das Messer und so. Na, na, Peter, das Messer brauche ich für Gartenarbeit. Und nicht immer ist der Gärtner der Täter. Und dann sagt dann hinterher dann auch der Gärtner auch mal, wenn du mich auf dieser Party mit einem Messer siehst, Peter, ich brauche es nur zum Torteschneiden. hoch, was ich ganz witzig finde und auch passend an der Stelle, weil der Gärtner halt so oft verdächtigt worden ist. Ja, da wurde schon extrem mit dem Klischee gespielt. Ja, aber auf eine schöne Art und Weise. Ich weiß nicht, ob man halt als damaliger, na gut, als 14 bis 16er hast du schon Krimis gesehen, von daher, das schon. Naja, das ist ja dieses typische Gärtner-Klischee, pass mal auf, der Gärtner ist der Mörder, ne, also. Der Witz an der Sache ist, das ist mir gerade eingefallen, weil es gibt sogar ein Lied darüber, dass der Gärtner immer der Täter ist und das weiß ich, weil wir das damals in der Grundschule, ich war da im Chor, ich war im Chorklammend, immer gesungen haben, weil in dem Lied ist quasi wirklich die Geschichte erzählt, so dass es so einen reichen Typen gibt und da sterben alle miteinander immer weg, aber zum Schluss stirbt dann eben aber auch der Gärtner und dann stellt sich im Lied heraus, dann in der letzten Strophe, dass der Butler der Täter war und vorher im Refrain hieß es immer der Gärtner ist immer der Täter und in dem letzten Refrain heißt es dann immer der Butler ist immer der Täter. Was habt ihr in den Grundschulen für komische Lieder gesungen? Wo Leute ermordet werden? Ja, dazu muss man ganz ehrlich sagen, das war eins meiner Lieblingslieder. Komisch. Die haben es aber auch nie gesungen, weil die anderen es immer so komisch fanden und ich war so, hey, das ist doch voll geil. Ja, voll geil, dann wird er da umgebracht. Ich bin unschuldig, ich hatte Blockflötenunterricht, also von daher. War damals auch so typisch, Blockflötenunterricht. Ja. Scheiße, ey. Auch nur erfunden, um Kinder zu quälen, glaube ich. Oder die Ohren der Lehrer, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Katastrophe. So, weil jetzt sind wir gar nicht auf die Stimmung eingegangen im ganzen Hörspiel, also wir haben ja mehrfach so, also die Villa an sich, haben wir schon drüber gesprochen, aber wenn sie dann nachts einbrechen, finde ich ja eigentlich immer mega spannend. Also wirklich dann dieses Dunkle und sie könnte jederzeit einer kommen, der die sieht, weil das Haus ja bewohnt ist. Finde ich eigentlich mega spannend, muss ich sagen. Das Ding ist, als ich die Szene dann noch gehört habe, hat sie mir irgendwie extreme nachden Angst gegeben, einfach wegen der Spannung an sich auch und wegen dem Dunkel und Museum in Anführungszeichen. Okay. Hatte ich sogar nicht. Ich fand einfach generell diese Stimmung ganz geil. Du hast ja, die sagen ja auch von wegen, ja, wenn der Mond auf den Sarg scheint, dann hört man heulen. Du hast einfach so ein bisschen dieses bisschen unheimliche Hauch von Grusel, jetzt nicht so extrem wie beim Gespensterschloss oder so, aber du hast da schon irgendwie so ein bisschen so ein Unbehagen. Ja. Und dazu halt Brackmann als Bösewicht, der dich erwischen könnte, schon sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Die Stimmung im ganzen Hörspiel ist wirklich, wirklich, ja, fast perfekt, sag ich mal. Stimmt schon, das haben die alten Hörspieler aber auch wirklich häufig an sich. Ja, Gott sei Dank. Also das haben wir schon darüber gesprochen. Heimchen-Hehler, dass so ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen flöten geht bei den Neueren. Aber gerade hier, hier braucht es ja auch gar nicht viel. Hier braucht es ja wirklich nur, ich habe auch immer das Gefühl, so die Villa, das ist so ein bisschen muffig, so ein bisschen staubig, so ein bisschen, ne, also. Du bist alt einfach. Ja, genau. Genau. Ne, also, deswegen finde ich auch diese ganze Atmosphäre und diese ganze, das ganze Unbehagen bei Nacht, ne, da hast du dann so die Treppe zu Grady hochgehen, so ein bisschen, bisschen, bisschen quietschig, ein bisschen knatschig, so eine alte Treppe, wo sie hochgehen. Ja, auch das Büro von Brackmann, das ist so, so mit alten, schweren Möbelstücken besetzt. Ne, also, das ist wirklich, das ist für mich alles so alt und so verstaubt und, aber eigentlich geil, so ein bisschen, ich sag mal, urig im Endeffekt, ne, aber urig und teilweise unheimlich, einfach durch das Alter. Hm. Dann hast du auch den Sarg da stehen, ne, also. Ja, der Sarg. Ja, dann, wir haben schon drüben in der Folge. Dann kommen wir doch jetzt zum heimlichen Schnappschuss. Hast du da irgendeine Szene, wo du sagst, weißt du was? Ja, und zwar, ähm, meine Lieblingsszene auch tatsächlich, äh, wie Michael seinen Kopf in der Zentrale da rausschreckt, so wirklich, aber auch so teilweise so, hau den Lukas mäßig. Also, ja, auch geil. Weißt du, hat auch diese Platte am Kopf, wo quasi die Abdeckung ist von der Zentrale von unten und so, guck, guck. Und die drei gucken ihn so, äh, Moment. Das ist das Schönste, die nehmen wir einfach. Ich hatte jetzt so eine Szene, die Szene eigentlich im Kopf, so nachts in der Villa, weil ich einfach die Atmosphäre so gut finde, aber die ist doch sehr, sehr, sehr witzig jetzt, wie Michael da unten aus dem Boden quasi rauskommt und, äh, sagt, hallo, hier bin ich. Also, schon ganz nett. Nehmen wir die doch einfach mal. So, die Frage, ob die Folge heute auch funktioniert, ich glaube, die scherzt sich, glaube ich, nicht, oder? Also, ich glaube, dass selbst die Folge selbst 30 Jahre später Ja, doch, es gibt ja nichts irgendwie, was jetzt so, wo, ähm, das Problem ist von wegen, äh, Ja. Ja, ich glaube auch, die Folge funktioniert auch heute noch. 25 Jahre später. Eigentlich krass, wie gut hier gealtert ist im Endeffekt, ne? Mhm. So, dann, die von dir schon befürchtete Frage, wie fandest du Justus, Peter und Bob? Fangen doch wie Peter an. Nee. Warum nicht? Wo war denn Peter? Er war da. War er wirklich da? Ja, er war immer da, immer da, immer im Hintergrund. Hat nicht wirklich viel beigetragen, außer, dass er meine Vase zerstört hat und im Buch mal Justus nachgeäfft hat. Ich glaube, er ist auch ein bisschen verschuldet, dass wir halt Michael dabei haben, oder? Ja, Michael, alles die Schuld von Michael. Ja, aber Michael ist ja so ein bisschen dann derjenige, der so ein bisschen, ähm, Justus in die zweite Reihe, war nicht verdrängt, aber so hin und wieder so ein bisschen, äh, Justus Paroli, ja, ein bisschen Paroli bietet, zumindest im Buch und auch ein bisschen ein Infos rankart. Dann hast du Justus, der Justus typisch unterwegs ist, ab und zu ein bisschen Justus untypisch unterwegs ist und dann hast du halt nicht mehr viel Platz für Peter, ne? Im Endeffekt. Das stimmt, wobei mir gerade eingefallen ist, ähm, das ist genau das, was meiner Meinung nach einen vierten Detektiv ausmacht. Also im Sinne von, ein vierter Detektiv sollte zwar schon mit dabei sein, aber er sollte jetzt nicht irgendwie einen der anderen drei ablösen oder sogar überschatten und zwar alle drei und das ist genau das Problem, was ich glaube ich mit Michael habe. Weil das tut er ja im Endeffekt. Ja, wobei Justus am Ende noch die Auflösung hat. Ja, okay, aber ansonsten, wir haben Michael als Hauptcharakter, der löst ja schon mal die drei sowieso ab, er gibt ja extrem viele Infos und geht ja auch mit Bob recherchieren, ähm, gibt doch Justus dann wie gesagt diese Comebacks und also, ja. Ja, Bob muss ja quasi recherchieren gehen, damit du ja die Infos als Leser bekommst. Ja, nee, ist klar, aber er geht halt trotzdem mit und das bleibt dann, wie gesagt, nicht mehr so richtig für Bob übrig. Ja, weil Bob halt noch ein bisschen aktiver ist, aber auch jetzt nicht so, wie er sein könnte. Er hat durch die Recherche halt so ein Alleinstellungsmerkmal, wo er halt begleitet wird und eben halt auch diese, diese, ähm, eigentlich im Buch ja auch diese Rotbatszene, wo er Michael die auch im Hörspiel kriegt. Hör mal hinterher, Michael, schaut mal die Autonummer auf, ne? Ja, siehst du? Also, die kriegt der Michael auch zugeschustert. Ähm, ist im Buch ein bisschen anders. Ja, aber er nimmt schon, also Michael nimmt schon viel, gerade Peter und Bob weg und teilweise ist es auch Justus. Eben, deswegen, und das meine ich, also, wie gesagt, ein vierter Direktiv sollte denen helfen und sie unterstützen, aber nicht überschatten. Ja, hast du durchaus recht. Wer wäre denn so ein bisschen der vierter Direktiv, wo du sagst? Ich meine, ich hatte ja, mit Thomas schon mal die Diskussion, vierter Direktiv, wer ist denn so der Perfekte? Ich meine, das kannst du dir wahrscheinlich jetzt eine ganze Podcast-Folge mitfüllen. Andy. Schwarze Katze. Schwarze Katze. Ja, und ich, ich habe mit dem Gespräch mit Thomas, ich kam einfach dann hinterher einfach auf Kelly, weil Kelly einfach so oft, erst mal mag ich ihre Stimme. Ja, stimmt. Und Kelly, giftige Gockel, allein schon. Ja, ja. Stark. Ist schon richtig. Vor allem, generell, wenn alle drei Mädels da sind, das ist ja dann auch nochmal das Pendant zu unseren drei Jungs, das bin ich dann auch immer ganz sicher. Aber hast du schon recht, also, Andy und Kelly würde ich schon noch so sagen, so als Paradebeispiel für, einen vierten Reitentief. Ja, und wer alles andere mit reinfallen könnte, das kann man ja mal in einer anderen Folge besprechen. Ich glaube, der Art ist jetzt zu sehr aus, wenn wir jetzt wirklich alles durchgehen. Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen mehr Vorbereitung. Ja, wie gesagt, Justus, haben wir ja gesagt, der ist halt wirklich dann derjenige, der hinter den Fall löst, der aber auch nicht immer derjenige ist, der voll im Bilde ist, weil er eben halt auch Infos von Michael reingekart bekommt, so ein bisschen auch den Rang abgelaufen bekommt, an einzelnen Stellen, nicht immer. Aber es ist schon ein bisschen, ja, Michael ist halt, ich finde ihn halt störend. Ich glaube, wenn man ihn rauslässt, das ein bisschen anders aufzieht, wie sie an den Fall kommen, ist es, zumindest im Hörspiel, angenehmer. Weil ich habe, wir haben ja zum Beispiel auch Zuschauer bekommen über Instagram, bei unserer Hörerbewertung, wie feiert ihr die Folge und da gab es dann auch die Rückmeldung, dass eben halt Michael einfach stört. Ja, sehe ich aber genauso, deswegen, wobei der Fall ja an sich ja gut ist. Das meine ich aber ja, genau deswegen, wo ich dann im Nachhinein so meinte, ach scheiße, wieso habe ich die so voll genommen, weil der Fall ist gut, aber Michael, kannst du in die Tolle treten, den kannst du auf den Scheiterhaufen werfen und verbrennen gehen. Ja, dann vielleicht in einer späteren Folge irgendwann mal. Ach scheiße, mir fällt gerade ein, eher egal, sorry Thomas. Ja, Fragezeichen der Folge. Bleibt eigentlich nur, wenn wir die drei nehmen, bleibt nur Justus über. Ist ja nun mal so. Nein, ich weigere mich, ich weigere mich. Warum? Ich glaube, ich sage trotzdem, Peter. Kannst du nicht. Doch, natürlich kann ich. Nein. Doch, der ist ja eigentlich, ist er ja gar nicht so blöd. Also ja, klar, er kriegt, aber, wie gesagt, er kriegt die ganzen Sachen, die eigentlich die Schuld von Scheiß Michael ist oder von Justus, kriegt er ja total zugeschoben. Also der Arme kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ja, klar. Und selbst wenn diese Sache mit Justus, wo er ja gegen den Sarg tritt und dann von wegen Lösung des Falls, das macht er dann trotzdem, Peter. Gegen die Fußleistung, nicht gegen den Sarg. Genau. Er tritt gegen den Sarg. Okay. Durch Vandalismus wird der Fall gelöst. Ja, ist richtig. Er tritt gegen den Sarg, wo Jonas drinnen liegt. Und wer hat das gemacht? Peter hat das gemacht. Ich werde immer einen Weg finden, Peter, als meinen Lieblingsdetektiv anzugehen. Verlass dich drauf. Kannst du dir angehen, aber der ist ja in der Folge jetzt nicht wirklich aktiv. Er ist aber trotzdem immer präsent, im Gegensatz zu anderen Folgen, wo Bob mal kurz abtauchen geht. Ja, präsent sein ist ja nicht, so Anwesenheit ist gleich vier. Drei. Ach so, nein, also. Doch. Nein, nein, nein. Doch. Okay, du nimmst wahrscheinlich Justus. Ja, vielleicht hat er nichts anders. Und ich nehme Peter. Ich bleib dabei. Ich bin da eisern. Nee, nee, nee. Ich hab hier noch keinen Button auf meinem Touch-Destplay, um dich hier irgendwie jetzt so zu foppen. Das ist der ultimative Beweis, dass ich ein komplett hoffnungsloser Fall als Peter-Fan-Girl bin. Es gab aber auch Szenen, dass du nicht Peter gesagt hast. Ich glaube, es gab bisher nur eine einzige. Hast du dich noch erinnert, welche? Nein. Ja, daher eine ebenfigur der Folge. Hier, Grady. Grady Markets. Ja. Weil er so sympathisch ist. Ist sympathisch und hoffnungslos verknallt und ich hoffe, dass er dann seine Geliebte zurückgewonnen hat. Aber ich werde mich eher irgendwie jetzt hier aus dem Fenster stößen als Michael zu nennen. Äh, Michael zu nennen. Ja, ich muss auch sagen, boah, schwer. Michael will ich nicht nennen, weil ich ihn nicht mag. Brackmann will ich nicht nennen, weil er halt der Bösewicht ist. Ich finde, aber Bösewicht als dem Charakter ist man so ein bisschen, nein, das passt nicht, weil der Bösewicht ist halt ein Hauptcharakter im Endeffekt. Dann nehme ich doch einfach mal Eiskart den Gärtner. Stimmt. Weil der ist ja im Endeffekt auch der Retter in der Not und er ist halt beides. Er ist am Anfang immer wieder der Bösewicht, der draufgeschoben wird und sagt, der Gärtner. Ja, ja, nee, aber das Ding ist, ich weiß nicht wieso, aber vor allem zum Schluss hat er mir extreme James-Bond-Vibes gegeben. Okay. Liegt vielleicht an seiner Stimme, aber das war voll komisch. Ja, weil ich die Scheibe gekommen bin. Vielleicht auch deswegen. Ja, dann die Frage, wo denn deine Erwartungen sich der Folge erfüllt? Nachdem klappt mit sechs. Das ist schwierig, weil erstens, du erwartest jetzt nicht wirklich, dass scheiß Michael der Hauptcharakter der Folge ist und alles aus seiner Sicht geschildert wird, aber der Fall an sich ist ja trotzdem gut. Deswegen, ich würde sagen, Erwartungen nicht erfüllt, aber es ist jetzt auch nicht so scheiße geworden wie jetzt bei anderen Folgen, würde ich sagen. Wo soll ich die Note raus und die Bewertung? Sechs Punkte. Sechs Punkte. Ja, ich muss auch sagen, meine Erwartungen durch den Michael wurden halt auch nicht so wirklich erfüllt, wobei ich den Übergang eigentlich ganz geil fand, wie denn eben halt vorhin drei Fragezeichen übergegangen worden ist zu Michael, sprich im Supermarkt an der Eistecke da. Das ist ja aber auch nur im Buch passiert. Beim Hörspiel wirst du direkt reingeschmissen. Da fragst du dich, hä, sicher, dass ich hier drei Fragezeichen höre? Wer ist denn dieser scheiß Michael? Das ist richtig. Ne, also das ist natürlich im Hörspiel so eine Sache, wo ich denke, boah, ne, also der ist ja zu penetrant, zu aufmüpfig. Eben. Ne, also das tut mir auch ein bisschen weh. Aber ich mag den Fall an sich, ich mag die Atmosphäre in der Villa. Auch wenn sie halt ein bisschen komisch mir einfach einbrechen, was ich ein bisschen skurril finde. Ich mag den Brackmann als Bösewicht, Grady als Gegenpart dazu. Dann hast du halt mit Margie und dem Gag noch zwei weitere Verdächtige, die sich so einigermaßen dann gut aufklären lassen im Hörspiel. So, und dann hast du halt noch das große Finale mit dem Rätsel, wo du es auch miträtseln kannst. Deswegen eine richtig gute Folge eigentlich, muss ich sagen. Genau. Ich finde auch sechs Punkte ein bisschen wenig. Ne, 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 ne. Vier Punkte einfach, weil Michael fiterdetektiv und deswegen ich hab schon Logik. Ich siehe aber gerade, du hast dem Giftige auch sechs Punkte gegeben, heißt das keine Ahnung. Oha. Dabei wollte ich dir gerade zustimmen. Sechs Punkte zu wenig sind? Ne. Ach so. Dass du ja genau recht hast, dass der Fall an sich eigentlich voll geil ist, aber wenn Michael eben nicht da gewesen wäre, er perfekt gewesen wäre. So, wenn ich jetzt gucke, ich hab dem Giftige 8 Punkte gegeben, da komm ich bei dem weinenden Sarg auf 7,5 Punkte. So, jetzt kann ich dir ja sagen, was die Hörer gewottet haben. Und zwar geben die Hörer Wolltest du raten? Hast du eine Vermutung? Also, ich hab eine Vermutung. Ich ahne es, weil ich ja jetzt mitbekommen habe, dass die Hörer den Michael auch so scheiße finden wie ich. Ähm, ne, hau raus. Und zwar geben die Hörer 6,75 Punkte. Schon wieder bin ich mit den Hörern fast einer Meinung. Ach, das ist ja wirklich ein Zeichen. So, das heißt, der weinende Sarg landet in unserer in unserer Ranking am Ende auf Platz 14 mit 6,69 Punkten. Knapp davor ist Spuk im Hotel, knapp dahinter ist der Jade-König. No way! Ja. Scheiße! Ja, aber Platz 14 ist ja genau im Mittelfeld. Wenn du überlegst, wir haben ja 26 Folgen besprochen. Der soll sich gefälligst ganz hinten anstellen. Es gab viel bessere Folgen. Als der weinende Sarg? Ja! Nein! Doch! Vor allem wegen Jade-König feiere ich total. Jetzt hätte ich... Nein, doch! Komm, wir müssen noch mal auf. Jade-König feierst du so ab? Jetzt nicht so krass extrem wie andere Folgen. Aber trotzdem bin ich Jade-König besser als den weinenden Sarg. Echt? Ja! Das Einzige, was diese Folge wirklich gut macht, ist der Fall, weil... Ja, worum geht's in meiner Frage? Zeige ich um den Fall? Falle ab, muss ich verhören. Ja, aber die haben den scheiß Michael! So. Der hätte in Detroit bleiben sollen! Soll ich mal kurz sagen, was du ihm ja da könntest du gegeben was für welche Punkte? Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Sechs. So, da bin ich schon beinahe. Ist trotzdem auf der gleichen Stufe wie jetzt hier da, aber ja, ich finde den besser und ich kann ja nicht 6,1 oder so eigentlich. Doch, klar. Hab ich auch schon gemacht, 6,4 oder so, glaube ich. Ich hasse das. Wenn man nicht sieht, wie man die anderen Folgen bewertet hat und an der Hand deswegen das festmachen kann, dann mache ich es eigentlich ja immer nur nach Bauchgefühl. Ich hab den Kackvergleich nicht, den du immer hast. Dann grüße den demnächst. Kannst du da ran. Ich nehme dich beim Board. Grüße auf jeden Fall. Hab ich auch hier als automatische Excel-Liste, die alles automatisch hier aktualisiert mit Ranking, allen um und dran. Kannst du alles eintragen. Okay. Ja. Dann sind wir durch. Ja. Das waren die zwei ohne Jonas. Also wirklich dann die zwei. Ja. Wieder Fragezeichen und der leere Sarg. In der nächsten Folge klären wir dann, wie ein Mann, ein kleiner Mann, einen Zauberspiegel wegtragen kann. Ich bin immer nur bei Jonas Part. Also Freunde, bis dann. Tschüss, Kofske. Tschüss. Tschüss, Kofske. Tschüss, Kofske. Tschüss, Kofske. Tschüss, Kofske.